Hallo, ich bin Michael Wild. Wenn ihr coole Comics lesen wollt, dann lest Apfel der Barbar. Wenn ihr coole Podcasts hören wollt, dann hört die Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zu den Comic-Cookies, eurem Comic-Podcast für gute Laune, eurer Bon-Bon-Packung voller leckerer Sachen, von denen ihr vielleicht noch nicht wusstet, dass ihr unbedingt mal dran lutschen wolltet, aber wenn ihr sie einmal im Mund habt, könnt ihr nicht genug davon bekommen. Wir sind vier Jungs, die sich zusammen über Comics unterhalten und ich freue mich tierisch, meine drei Kumpanen hier neben mir zu begrüßen. Moinsen Patrick, moinsen Andi, moinsen Breedstorm. Servus. Ahoi. Mahlzeit. Hallo, ich bin der Andi und offensichtlich sind wir wirklich total bunt und quer und divers hier unterwegs, zumindest so, wie wir hier klingen. Wir wollen heute Comics besprechen, da haben wir richtig Bock drauf. Wir haben jeweils zwei E-Comics vorbereitet und am Ende, da gibt es dann noch so ein gemeinsames Ding, wir nennen es Cookies Code Authority und da sprechen wir alle über einen und denselben Comic. Was da jetzt auf uns zukommt, das klären wir wie gesagt jetzt. Andi, was hast du heute am Start? Ich habe dabei den ersten Band der Manga-Reihe Boys Run The Riot und den ersten Band der John Constantine Hellblazer Sammelalben Original Sins. Breedstorm, was gibt es bei dir? Ich habe dabei, wir waren Charlie von Lütz aus dem Hause Reprodukt und Stranger Things, das Camp aus dem Hause Panini. Sehr gut. Patrick, was hast du da? Ich habe das Haus am See, Band 1 von DC Shocker und weil ich danach so angefixt war von Joe Hill, das Schiff der lebenden Toten. Also quasi ein Horror-Special. Bei mir gibt es ein bisschen ein Frauen-Special, klingt blöd, ist aber trotzdem so. Und zwar von Lisa Neuen habe ich Business Girl gelesen, erscheint beim Verlag Schwarzer Turm. Und von DC gibt es Supergirl, die Frau von Morgan. Das sind individuellen Comics und am Ende, da werden wir was lesen, was ein bisschen anknüpfen wird ans Thema von Andi. Weshalb ich auch denke, dass wir deine Konstantin-Besprechung zum Schluss machen werden. Denn wir wollen besprechen einen Band, der verschiedene Namen hat. Er heißt, glaube ich, irgendwas mit Habits auf Englisch. Es geht um John Constantine aka den Hellblazer. Und zwar die auf Deutsch unter anderem genannte Geschichte schlechte Gewohnheiten. Irgendwas mit Habits heißt sie, glaube ich, auf Englisch, Andi, oder? Dangerous Habits. Dangerous Habits. Auch ein Klassiker der Comic-Geschichte, was auch ein bisschen der Grund ist, warum ich heute keinen Klassiker vorstelle. Weil wir das schon bei der CCA machen. Ja, fangen wir doch mal smooth an mit ein bisschen Horror-Patrick, oder? Na klar, also ich habe letztes Jahr zu Weihnachten auch vielfach Empfehlungen, unter anderem von Andi Wolf, Ariane und noch ein paar aus der Comic-Bubble nahegelegt bekommen. Ich soll mal das Haus am See lesen. Da habe ich erst mal genervt gedacht, ach, ist das nicht dieser komische Kitschfilm, diesen Zeitreise-Briefkasten mit Keanu Reeves und Sandra Bullock? Ja, ist es. In dem Fall ist es aber eben auch eine Comic-Adaption, beziehungsweise von ehemals Hill House Productions, dann von Vertigo, jetzt ist es die Sea Shocker Black Label, damit wir dieses Namens-Hickack erst mal abgehackt haben, von James Thunion IV. und Andi Wolfaro Martinez Bueno. Ein Horror-Comic, wo wir hier den ersten Teil präsentiert bekommen haben. Und er fängt ganz klassisch an. Also ein Schulfreund lädt seine ehemaligen Schulfreunde auf ein, dass sie ans Haus am See kommen. Und er hat die bewusst ausgewählt. Also er hat das wirklich katalogisiert, wieso er die alle da haben will. Die scheinen alle irgendwie eine Funktion zu haben. Und dann passiert etwas am Ende des ersten Kapitels, weswegen es zu einer beklemmenden Situation kommt. Und ich will nicht spoilern, was es ist. Aber die vier sind jetzt auf dieser Insel auf sich allein gestellt, wissen nicht, was es mit Walter, den ominösen Typen, zu tun hat. Und auch wieso er die eingeladen hat. Also die sind alle katalogisiert, haben ein individuelles Smiley. Er hat den individuellen Profilen verpasst. Und auf dieser Insel passieren auch so ein paar sehr, sehr seltsame Sachen. Also wir rätseln quasi so ein bisschen Lost-mäßig mit, was da so los ist. Und wir kriegen da teilweise Transkripte, Skizzen, Protokolle, Notizen. Und alles so, dass man selber zusammen mit den Protagonisten Stück für Stück zusammensetzen kann, was da auf der Insel los sein könnte. Es gibt auch nette Easter Eggs. Also es gibt da ein Comicregal. Da siehst du wirklich viele rein. Unter anderem Sandman, für das der James Thunion jetzt mittlerweile so ein Spin-off über den Korinther geschrieben hat. Dann haben wir From Hell, Stray Bullets und so. Und nach und nach wird das so ein Kammerspielartiger Überlebenskampf auf dieser Insel. Hat richtig Spaß gemacht. Ich war angefixt. Auch wenn er jetzt das Rad nicht neu erfindet, weiß er, wie er Horror-Stories kurzweilig erzählt, wie er einen Puzzlestücke in die Hand gibt, mit denen man versucht, das Ganze zusammenzusetzen. Und wie man einen dabei bei Laune hält. Also ich hatte da richtig Spaß. Bin gespannt, wie der zweite Band das jetzt auflösen wird. Hab aber auch Schiss, dass wenn da schon so ein bisschen Lost-Klänge waren, dass das ähnlich verkackt wird. Aber noch bin ich angefixt. Ich würde mir das Sequel direkt holen, wenn es da wäre. Aber es dauert wohl anscheinend noch ein bisschen. Und ja. Ich werde eben nicht zu viel vorwegnehmen, weil dieser Mystery-Aspekt macht eben auch vieles an dem Breits aus. Aber hier wird mit ein paar richtig schönen Ideen aufgefahren. Die Farbgebung ist eher so trist. Und ich weiß, da kommen wir später drauf, dass Andi da so ein paar Probleme hat mit so trister Farbgebung. Auch dieses Geheimnis um Walter ist interessant. Also so viel sei gesagt, er ist kein normaler Mensch. Ja, du sprichst ja vieles an schon. Also ich habe jetzt mal durch diese Leseprobe geklickt, die wir unter anderem auf MyComics finden können. Das ist bei den Panini-Sachen ja oft der Fall. Und da sticht mir das Artwork natürlich total ins Auge. Übrigens kurz noch mal reingeschoben. Der Hinweis, Band 2 erscheint von am 25.04.23. Nach aktueller Prognose. Mal gucken, ob das so weit kommt. Und kostet auch komischerweise drei Euro mehr, warum auch immer. Und das Artwork, ja klar, ist irgendwie speziell, muss man halt wollen. Und es ist recht flach koloriert zeitweise. Aber Details erkenne ich trotzdem eine Menge. Was mir aber vor allem auffällt, ist hier so eine Seite. Die sieht aus wie ein Screenshot von einer E-Mail. Sind solche Spielereien da häufiger drin? Jaja, also du hast da auch E-Mail-Verkehr-Protokolle, die er festgelegt hat. Oder auch, wenn da so ein Phänomen auftritt, da siehst du dann so die Internet-Kommentare dazu. Von den Spielereien gibt es eine Menge. Und deswegen fand ich das ja wirklich interessant erzählt, dass du da quasi mehrere Perspektiven hast. Ein paar der Leute versuchen so die Insel mit Skizzen da abzubilden und zu skizzieren und da so ein bisschen in den Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Also diese Spielereien, davon hast du ein paar. Das macht eben Spaß beim Zusammenpuzzeln von dem Mysterium. Ja, ich würd's lesen. Das ganze Ding hat ja auch recht viele Seiten. Ist hier irgendwas von was? 100 paar 90 hab ich gesehen, 196. Ja, sechs Ausgaben sind es. Die sind anscheinend auch alle ein bisschen dicker, weil das ja dann, glaub ich, sonst eine andere Zahl wäre. Erschlägt einen das? Oder ist es irgendwie so ein Sog, wo man nicht aufhören kann zu lesen? Es ist ein gewisser Sog. Es kann dann aber auch erschlagen, wenn man's nicht gewohnt ist, wenn dann auf einmal Text, wenn die auf einmal im Comic sind. Mhm. Und er wird hier wirklich mit Frank Miller und Alan Moore und Neil Gaiman verglichen. Kann ich bisher noch nicht so bestätigen, aber er hat schon verdammt Laune gemacht. Mega. Ja, Andi, klingt das für dich interessant? Nicht uninteressant auf jeden Fall. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich von James Tennant schon irgendwas gelesen habe. Ich glaube fast nicht, aber ich höre gerade jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall den Namen immer wieder, gerade so im Kontext irgendwie auch seiner Horrorreihen. Also ich glaube, ich habe den Namen das erste Mal mitbekommen. Er hat Batman eine Weile geschrieben, oder irgendeinen von den Batman Titeln. Ganz genau, ja. Und macht, glaube ich, aktuell hat er es auch übernommen, sogar die Hauptserie, glaube ich. Aber das ist mehr zu gehören sagen. Und? Genau, aber ich glaube, ich habe den Namen erst mal irgendwie so wahrgenommen, ohne aber irgendwas gelesen zu haben. Aber gerade jetzt in den letzten Jahren, ich glaube, Patrick, du wolltest es glaube ich gerade sagen, Something is killing the children, war so ein Titel, der irgendwie überall aufgefloppt ist, als so ein toller Horrortitel und so. Aber ja, wie gesagt, also selber noch nichts gelesen, sollte ich wahrscheinlich mal. Ja. Schön. Ja, Breedstorm, Horror, da guckst du bestimmt auch mal rein, oder? Ja, das wird auf jeden Fall mal eine interessante Leseprobe. Toll. Ja, dann will ich dich gar nicht davon abhalten, dass du uns deinen Comic vorstellst, lieber Breedstorm. Dein ersten Comic für heute. Ich beginne mit, wir waren Charlie von Lutz. Lutz? Lutz, wie wir ja auch sagen. Also Lutz war oder ist Zeichner bei Charlie Hebdo. Und Charlie Hebdo ist ein französisches Satire-Magazin gewesen, sehr aus dem linken Spektrum kommend, die sehr, sehr viele Karikaturen zu allen möglichen Weltgeschehen gemacht haben, sehr gern alle möglichen französischen Politiker durch den Kakao gezogen haben, internationale Politiker. Was man auch gemacht hat, ist halt Mohamed-Karikaturen abzudrucken. Also man hat zum Beispiel Wahlerfolge von Islamisten in Tunesien kommentiert und da kamen die ersten Mohamed-Karikaturen dabei auf 2011 und es gab immer mal wieder das Thema, das ist in Frankreich schon früh ein sehr präsentes Thema gewesen, weil es ist natürlich eine sehr große Menge an Leuten, die auch islamistisch eingestellt sind, in Frankreich gibt. Also es war da ein heißes Thema und kurz vor dem 7. Januar 2015, an dem der Anschlag sich zugetragen hat, haben sie in den Heft noch eine Schlagzeile gehabt, noch keine Anschläge in Frankreich. Aber man hat ja noch Zeit, irgendwie Glückwünsche bis Ende Januar auszurichten. Das haben zwei Islamisten auch getan und sind mit Raketenwerfern, Sturmgewehren, Maschinenpistolen und auch noch eine Faustfeuerwaffe in die Redaktionsräume eingedrungen von Charlie Hebdo, weil ihnen diese Mohamed-Karikaturen nicht gefallen haben, haben zuerst einen Techniker erschossen, haben sehr, sehr viele von den Zeichnern erschossen, die da ihre wöchentliche Redaktionskonferenz haben. Also es war wirklich so ein Magazin, wie man sich das bei der Zeitung vorstellt, wo man sich regelmäßig noch traf, drüber geredet hat, was machen wir, was ist das Derbste, was wir irgendwie bringen können und bei dieser Konferenz haben die dann zugeschlagen, einem Polizist, der zum Personenschutz da abgestellt war, weil es eigentlich schon klar war, dass es immer wieder aus dem Bereich von Islamisten da Drohungen gab, war ein Polizist da, der wurde ebenfalls erschossen. Und ja, insgesamt wurden bei dem Anschlag elf Leute getötet und am nächsten Tag gab es einen weiteren Anschlag, der noch dazu gerechnet wird, weil der aus derselben Blase rauskam, da wurde ein jüdisches Geschäft auch noch überfallen und auch da wurde ein Polizist erschossen im Rahmen von diesen Anschlägen. Ja, ich denke, jeder hat das Ganze mitbekommen, wir haben auch schon Comics dazu vorgestellt von anderen Zeichnen und 2019 ist dann bei Reprodukt dieser interessante Band von Lütz rausgekommen, das ist auch ein richtig dicker Band, 29 Euro, aber wirklich Ziegelstein groß und ja, der hat relativ schnell den Wert verloren, sodass ich mir dann auch wieder für 4 Euro oder sowas wirklich besorgt habe, das ist halt die Sache mit Sachen, die einen zeitlichen Bezug haben, die werden sehr, sehr schnell sehr, sehr günstig und ich habe es nicht bereut, mir diesen Band zu holen, denn worum geht es in dem Band, der Lütz beschreibt seine Erfahrungen mit Charlie Hebdo, wie er in diese ganze Redaktionsszene reingekommen ist, also er war dann auch, ja, wie soll man sagen, so ein kleiner linker Intellektueller, der dann angefangen hat auch zu zeichnen und seine großen Vorbilder dann getroffen hat und als die aus anderen Magazinen hervorgehend sich für Charlie Hebdo als Titel entschieden haben, hat er dann angefangen da mitzumachen und wir sehen ihn in der aktuellen Phase damals, wie er war, nach dem Anschlag, wenn er darüber nachgedacht hat, also er wacht regelmäßig nachts im Bett auf und denkt dran, wie war das zum Beispiel, als ich den einen oder den anderen von den erschossenen Kollegen da getroffen habe, wie haben die ihn da reingebracht, was waren eigentlich die Ziele von Charlie Hebdo und das war für mich sehr, sehr interessant, ich hatte mir nach dem Anschlag versucht, irgendwie da eine Ausgabe zu besorgen, weil ich das gar nicht kannte und ich wollte das unbedingt sehen, konnte es damals nur digital irgendwie besorgen und da muss ich sagen, es war schon sehr speziell auf Frankreich gemünzt, also da war keine, ja, es ist jetzt kein Mad oder sowas, was in vielen Ländern auf der Welt einfach funktioniert als Humor, sondern es waren sehr, sehr spezielle Sachen, die tatsächlich man wahrscheinlich nur richtig genießen kann, wenn man auf Frankreich eingestellt ist, wenn man da die Politiker kennt, wie man hier meinetwegen die deutschen Politiker kennt, aber das haben wir in Frankreich ja nicht, wir wissen, wer Le Pen heißt, ist rechts da und wir kennen den jeweiligen Präsident, aber was wissen wir von dem Wirtschaftsminister oder Sozialminister oder wer auch immer da in Frankreich gerade an der Macht ist, deswegen war das sehr speziell und auch in diesem Band wird es relativ speziell, weil er so an die verschiedenen verstorbenen Kollegen da so kleine Hommagen so bringt, indem er einfach schreibt, wie sie ihn da reingebracht haben, wie sie ihn beeinflusst haben, wie er so ein erstes Titelbild hat, bloß diese Namen sind mir jetzt überhaupt nicht bekannt gewesen halt, weil das keine, also man kennt natürlich jede Menge franco-belgische Zeichen, aber dieses spezielle Segment, was sie da abgedeckt haben mit Leuten wie Chabue oder wir haben alle auch Künstlernamen oft gehabt, die kannte ich halt gar nicht und ich glaube, wenn man die, die teilweise wirklich auch da in Frankreich als Stars verehrt wurden, kennt, wird es da nochmal etwas besser, aber was sich sehr gut transportiert, ist also noch diese Atmosphäre in diesem Blatt, was halt wirklich durch derbe, derbe Satire und wirklich also so, dass die Satire wirklich weh tut, ja, also wir reden jetzt nicht von so einer Satire in der heutigen Zeit, wo du sehr schnell einfach im Internet einen Shitstorm hast, wo alle möglichen Leute sagen, oh, meine Gefühle sind verletzt, mir gefällt dies nicht, das könnt ihr doch nicht sagen, sondern wir reden aus einer Zeit, um was zu verkaufen, musstest du derb sein, du musstest wem auch immer mit dem Cover richtig in die Fresse treten, um Aufmerksamkeit zu bekommen und das haben die halt auch gemacht, immer aus einer sehr, aus einer sehr linken Weltsicht in diesem Bereich, aber natürlich auch alles angreifend, was zum Beispiel gegen, gegen Emanzipation zum Beispiel war oder wirklich auch gegen Wirtschaftsbosse und sowas, aber natürlich auch gegen Islamismus, ganz klar und da haben die eindeutig Stellung bezogen und zwei Terroristen haben dann wirklich, haben dann diesen Überfall durchgeführt und haben so viel wie möglich versucht zu töten da halt noch. Insgesamt kann ich den Band wirklich trotz, dass er sehr speziell ist, empfehlen, wenn man sich einfach für dieses ganze Konstrukt da interessiert, wenn man mehr wissen will, außer da wurden ein paar Leute umgebracht und dann gab es sehr, sehr viele Leute, die Je suis Charlie in ihrem Banner hatten, sondern da geht er schon auf einige Details ein, aber jetzt nicht von dem Überfall. Also er hat dann natürlich ab und zu auch mal so Bilder, wo er dann die Angreifer auch sieht, aber er geht jetzt nicht wie das zum Beispiel in der Dokumentation ein, wie sind die da reingekommen, in welche Reihenfolge sind die vorgegangen, was haben die gerufen, also es wird natürlich Al-Uakbar gerufen und wir haben den Propheten gerecht, haben sie auch gerufen und darauf geht er jetzt nicht so ein, sondern tatsächlich auf die Beziehung zu seinen toten Kollegen und das ist natürlich schon herzzerreißend, wenn man dann sieht, was aus der ganzen Geschichte geworden ist. Er selber ist immer noch als aktiver Zeichner unterwegs, natürlich mit jeder Menge Personenschutz, wie man natürlich vermuten kann, aber das war schon glaube ich ein Band, mit dem er sich einiges von der Seele geschrieben hat und wenn er sich so ein bisschen für diese für diese ganzes, für diesen Anschlag interessiert, muss man den Band auf jeden Fall auch haben. Wow, ja, also wie du sagst, ist ja prädestiniert dafür, dass man diese Geschehnisse irgendwie auch im Comic verarbeitet, ich kann mich da erinnern, auch den Comic gelesen zu haben, die Leichtigkeit von Kathrin Maurice, die da auch als Kartonistin tätig war, zu dem Zeitpunkt als Illustratorin und aufgrund eines Zufalls auch zu spät kam und deswegen diesen Anschlag überlebt hat und das sind ja nur exemplarische Beispiele dafür, wie das irgendwie aufgearbeitet wurde. Jetzt war das bei ihrem Band, soweit ich mich erinnere, so, dass der halt relativ homogen wirkte, das war ein auf allem Zeichenstil. Wenn ich hier durch die Vorschau-Klicke, die mir Reprodukt hier auf der Internetseite bietet, dann schwankt der doch sehr, gerade auch was die Kolo angeht und es gibt aber auch so Wasserfarben-Effekte oder halt eben so Zeichnungen mit Wasserfarben drauf. Gibt es da irgendwie eine Erläuterung, warum es da diese, ich nenne mich mal Variationen im Artwork gibt? Ja gut, das ist ganz klar, diese Wasserfarben-Kolo, was du meinst, das ist immer die damalige Gegenwart, wo er halt in seinem Zimmer sitzt und darüber nachdenkt und dann sagt, ja, so war das damals und die etwas krakeligeren Saffen, also er hatte schon einen sehr, sehr krakeligen Stil, wirklich so ein Karikaturstil, den er da immer an, also das sieht wirklich aus wie so ein, was man so aus der Zeitung so kennt, so Tommy Jack oder sowas geht so ein bisschen in die Richtung, das sind immer die von den Redaktionskonferenzen halt, ne, und ah, was ich noch erwähnen wollte, wo ich es gerade durchblättere, also es gibt dann natürlich, weil sie ultraderbe sind und politisch korrekt oder vogue war zu dieser Zeit überhaupt kein Thema, bei denen halt, ne, die haben halt voll auf die Glocke gehauen, sind die Sachen, wenn sie zum Beispiel bei irgendwelchen Conventions oder so auch waren, wo die gezeichnet haben, ne, und auch da hat man das übliche Bild, der Zeichner sitzt am Stand und dann kommen da doch, ja, sehr unterschiedliche Leute dabei, vorbei und, also es ist wirklich eine Passage dabei, wo sie Typen, ähm, mit so, mit so Basecap verarschen dann halt und den halt auch so zeichnen und ich hab mich erst gewundert so, ja, okay, sieht ein bisschen komisch gezeichnet aus, aber gut, ist halt Karikatur oder so, stellt sich raus, der hat ein Down-Syndrom, also, es wird dann in der Zeit halt auch geschrieben und auch da, äh, auch der, den haben, so, weil sie da halt durch waren oder sowas halt verarscht und auch auf sowas geht er halt auch ein, halt, was, was eigentlich ja jetzt keine rühmliche Geschichte ist, wenn man jemand mit einer, äh, äh, geistigen Behinderung da wirklich, äh, so durch den Kakao zieht, aber für die war das halt damals, ja, die waren halt derbe drauf, muss man ganz klar sagen, also, ich glaube auch, dass diese Art des Humors es in Deutschland relativ schwer hätte, zumindest in gezeichneter Form, also, wir haben ja die Titanic, die auch ziemlich derbe ist, aber das hier ist nochmal eine Nummer mehr und deutlich mehr an gezeichneten Sachen auch dabei. Auch interessant, was wirklich, du hast ja zu Beginn gemeint, dass das Ganze, ich sag mal, zumindest, ähm, von Verkaufswert einen Wertverlust erfahren hat und auch die Begründung dafür, dass es eigentlich mit tagesaktuellen Themen ja eigentlich immer so sein müsste, das ist interessant und schade zugleich, weil die Kunst ja scheinbar dann auch zumindest aus wirtschaftlicher Sicht eine andere Bewertung erfährt, das, ähm, tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt, aber es ist wohl der Lauf der Dinge. Ja, also, aktueller Preis ist, das war nicht der erste Vorfall. Ja, aktueller Preis bei Medibobs jetzt nur mal beispielsweise 6,49 Euro für ein wirklich jemals 29 Euro Band, also, den kamen sich eigentlich wirklich für das, vor allem sehr gut, meiner ist schon ziemlich, das Softcover ziemlich, ziemlich ramponiert gewesen, aber, also, das, den kann man dafür wirklich mitnehmen, wenn man sich so ein bisschen wirklich dafür interessiert. Ich bin, ich habe noch ein paar von der Sorte geschossen in den Zug, äh, Freund Trump hat sich ja glücklicherweise, äh, von der Weltbühne größtenteils verabschieden müssten, müssen aber auch dazu, habe ich ein Band unlängst geschossen und auch zu Osama Bin Laden gab es ein Band, der auch sehr, sehr schmalpreisig ankam und den ich unbedingt aber, um mich dann näher mal ein bisschen einzuarbeiten, lesen möchte. Mega, wir freuen uns total drauf. Patrick, würdest du mal reingucken? Ja, klar, mir ist da sogar ein Vorfall aus dem Jahr 2010 aufgefallen, da ging es damals um South Park, da haben sie quasi Mohammed auch in der Folge 200 und 201 karikatiert und islamistische radikale Gruppierungen haben dann Morddrohungen an den, äh, an die Bayern-Southpark-Macher Trey Parker und Matt Stone äh, rausgelassen und das hat dazu geführt, dass die diese Abschlussrede quasi zensieren mussten, dass sie Mohammed in der Folge zensieren mussten und deswegen dieser Morddrohungen dann die Comic-Autorin Molly Norris dann den Everybody-Draw-Mohammad-Day gemacht hat und, ja, das hat nicht lange gehalten und sie hat sehr, sehr schnell eine Fatwa bekommen, in der ihr Tod gefordert wurde und sie muss dann vom FBI ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden und hat eine neue Identität annehmen müssen. Wenn man sich das überlegt, dass das fünf Jahre vorher war, ist das von Charlie Edbo noch mutiger, was sie damals gemacht haben, wenn schon South Park von islamistischen radikalen Gruppierungen so derbe eins auf den Sack kriegen kann. Ja, aber das ist ja glaube ich generell jetzt mal auch ein großes Thema, das vielleicht auch wir nur in einem gewissen Rahmen überhaupt jetzt besprechen können, also auch ein politisches Thema ja letztlich und ich finde es auf jeden Fall gut, dass dieser Comic ja scheinbar auch in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar Therapie für den Künstler gewesen ist. Würdest du das, kurze Rückfrage nochmal, Breedstorm, würdest du das so unterschreiben, ist das, hat das ein, für Lutz, Lutz, whatever, irgendwie einen therapeutischen Ansatz, siehst du da was? Ja, zweifellos, also jedem, der ihm, der Ermordeten hatte ein eigenes Kapitel gewidmet über seinen Einfluss auf ihn, über Gedanken, die er mit ihm geteilt hat, über Erlebnisse, die sie geteilt haben, wen sie verarscht haben, warum sie wen verarscht haben, der eine hat ihm, also er hat zum Beispiel auch so Reportagen gemacht, als Zeichner, jetzt, wenn ich Reporter bin, dann verstecke ich ein Mikrofon und ermittle da verdeckt in den Bereichen, wo ich als Reporter das machen möchte, auch wenn es vielleicht verboten ist, aber als Zeichner ist das sehr, sehr schwierig, weil er ja keine Fotos machen konnte und er sich trotzdem irgendwie merken musste, wen er da sieht und so ist er zum Beispiel auch in den Bonlieus gegangen, wo es auch sehr schwierige Zustände gab und der andere ein Zeichner hat ihm beigebracht, so verdeckt in der Hand zu zeichnen oder Gleiches hat er gemacht, als er sich für eine rechte Partei in Frankreich als Wahlhelfer eingetragen hat, auch da hat er sehr viel rausgezogen, hat so seine Comic-Reportage gemacht und musste das halt schon mal verdeckt irgendwo hinzeichnen, damit er sich an bestimmte Situationen oder an gewisse Gesichtsausdrücke etc. erinnern kann. Das war schon sehr, sehr, eindrucksvoll. Verstehe. Also sehr wichtiger Comic und ich würde es auch lesen. Andi, hast du eine Meinung dazu? Ja, also ich habe das natürlich klar auch damals alles voll mitbekommen, mitverfolgt. Es war ja dann, gerade weil es ja auch Comic-ZeichnerInnen getroffen hat, CartoonistInnen, ein Riesenthema in unserer Branche quasi. Es war dann auf dem darauffolgenden Comic-Salon Riesenthema mit diversen Vorträgen, öffentlichen Panel-Diskussionen, wo auch ein sehr anderes, interessantes Publikum dann da war. Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion, wo Vertreter der jüdischen Gemeinde in Erlangen dann irgendwie anwesend waren. Also du hast da Menschen gesehen, die mit dem Comic-Salon nichts zu tun hatten, die nur für diese eine Veranstaltung da waren und dann auch wieder weg waren und so, wo es nur drum ging um diese Diskussion, um diese Karikaturen, die ganze Frage, was darf Kunst, was darf Satire, was ja damals rauf und runter auch diskutiert wurde an diesem Fall, was natürlich immer mal wieder an verschiedenen Fällen auffloppt. Also es war überall, Burjizum hat schon gesagt, du hast dann auch versucht, mal eine Ausgabe zu kriegen. Tatsächlich ist dann Charlie Hebdo plötzlich auch raufgetaucht. Du hast plötzlich dann auch im Comic-Laden mal eine Ausgabe gekriegt und so. Also es war ein ganz, ganz großes Thema. Ich weiß, dass es verschiedene Comics im Nachgang eben auch gab von verschiedenen Leuten, die damals Teil der Redaktion waren. Ich habe selbst davon auch noch keinen gelesen. Nichtsdestotrotz klingt es auf jeden Fall nach einem spannenden Produkt, gerade eben, weil es wirklich so von Menschen, die quasi auch vorher schon gezeichnet haben und dann dieses schreckliche Erlebnis dann auch zeichnend im Nachgang dann auch verarbeiten und bearbeiten. Von daher ist es natürlich für uns Comic-Interessierte glaube ich nochmal so extra spannend, weil es eben nicht nur, wie ja häufig, ein historisches Thema, das an sich aus dem eigenen Ereignis nichts mit Comic zu tun hat, aber dann im Comic verarbeitet wird, hier halt ganz anders ist, weil es eben schon irgendwie aus der Comic-Welt kommt. Ein terroristischer Anschlag, der irgendwie ja auch die zeichnende Zunft mit betroffen hat und Fragen für die zeichnende Zunft aufgeworfen hat und das dann im Nachgang eben auch zeichnerisch zu bearbeiten. Halte ich für eine spannende Sache, ja. Wow, sehr interessant. Und lieber Britzorn, vielen Dank für die Vorstellung davon. Dann drängel ich mich jetzt mal rein und möchte über was sprechen, auf das hatte ich richtig Bock. Denn es ist von Lisa Neuen. Lisa Neuen, die kennt man vielleicht, unter anderem, weil die in Erlangen ganz viel macht. Und warum macht die da ganz viel? weil die dort in diesem Verein tätig ist, der dieses Comic-Museum da quasi gründen möchte. Also der heißt quasi sowas wie Comic-Verein oder Verein zur Gründung eines Comic-Museums in Erlangen. Irgendwie so heißt der. Und ich mag die Lisa wirklich gern, denn die Lisa, die hat mir auch zum Beispiel geholfen, bei diesem Podcast-Atelier in Erlangen da vorab so ein paar Fotos zu stecken. Ich hatte einfach aufgrund ihrer Mithilfe so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie das da so in Erlangen in diesem speziellen Bereich, in dem ich vorher noch nie war, aussieht. Sie ist eine super nette, sympathische Person, ist jetzt auch wieder sehr aktiv bei der Frage Comics in Bayern und Bestrebungen, die es da aktuell gibt. Also die Lisa, die kennt man und ich hatte sie auch schon zu Gast im Interview für genau auch dieses ja zukünftige Comic-Museum, das wir hoffentlich bald irgendwann irgendwie in Erlangen bekommen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut zu sehen, dass da jetzt ein Comic von ihr erscheint bei meinen, ich möchte fast schon sagen, Freundin vom Schwarzenturm Verlag in Weimar. Das ist ein Verlag, den wir auch schon ein bisschen länger kennen, denn die haben tolle Leute bei sich im Portfolio unter anderem die Ines Kort ist da am Start mit ihrem, wie heißt es hier, Masu-Comic oder natürlich auch die Sabrina Schmatz mit den München 1945-Sachen, die wir hier bei den Comic-Cookies sehr gut kennen. Die Olivia Viehwerk ist ja auch mehr als direkt mit dem Schwarzen Turm verbandelt. Katja Klengel, Gixke Großlaub heißt sie, also viele, viele Leute, die ich jetzt alle aufzählen könnte. Und auch die Lisa hat dort ihr aktuelles Werk Business Girl veröffentlicht. Ja und Business Girl, das sind gerade mal 164 Seiten für 15 Euro und dachte ich mir, forderst du mal an, hab's jetzt auch als PDF-Datei bekommen und möchte heute gern drüber sprechen, denn das Ganze schien mir so, als wäre das so ein bisschen ein, ja sagen wir mal, so eine Satire beziehungsweise vielleicht sogar schon Analyse, der, wenn man so will, einer weiblichen, also einer vermutlich weiblich gelesenen Person und deren Einstieg in eine Art Technik dominierte, vor allem Männer dominierte Welt und dann gibt's halt vielleicht eine Handvoll Anekdoten, das Ganze zu einer interessanten Geschichte kombiniert. Das war meine Erwartung und das Ganze ist vielleicht in der Form dann doch nicht so eingetroffen, was den Gesamteindruck ein bisschen trübt. Jo, worum geht's? Es geht um Susanne Calvin, die junge Frau, die, keine Ahnung, ob die jung ist, diese Person, möchte in einer Fabrik, die irgendwie Eierautomaten produziert, ja, diese, ist alles ein bisschen absurd, diese Firma und diese Automaten, die produzieren halt Eier und der möchte sie quasi aufsteigen. Sie benutzt dafür oder möchte vor allem dafür einen Roboter nutzen, den sie auch erfunden hat, dafür hat sie ganz viele tolle Ideen und sie arbeitet sich quasi Stück für Stück in dieser Firma hoch, wobei man da nicht direkt von Hocharbeiten reden kann, denn eigentlich wird sie immer so ein bisschen vielleicht weggeekelt, zum Sinne von, sie passen hier in unsere Abteilung nicht rein, gehen sie vielleicht auch in die andere Abteilung. Das ist wirklich schon die Grobzusammenfassung, dabei stößt sie immer wieder auf Männer, die sie nicht verstehen oder sie versteht die nicht und halt wirklich diverse, absurde, kurze Geschichten, die sie alle doch sehr wiederholen. Und, da fehlt mir vielleicht das Verständnis einfach auch, für mich kommen sie auch leider ultra plump daher. Also es ist wirklich, es ist einfach, es ist ganz besonders stumpf, es werden alle Vorurteile, die man, wenn ich die Geschichte so grob anreiße, also quasi Männer gegen Frauen und Hocharbeiten in der Männerdominierten Technikwelt, die werden hier alle bedient, aber die werden auch nicht mit einer besonderen Raffinesse präsentiert, sondern wirklich wie die Faust aufs Auge mega plump. Ich habe jetzt hier im Rahmen meiner Vorbereitung herausbekommen, dass ihre Name zum Beispiel, Susanne Calvin, das ist eine Anleihe an Isaac Asimov und eine Figur, die er wohl regelmäßig in seinen Romanen oder Geschichten nutzte, nämlich eine Susan Calvin, die wohl Roboterpsychologin ist. Ich weiß nicht viel über Asimov, aber ich weiß, von dem sind diese asimovschen Gesetze, so im Sinne von, was sind so die Basics, die ethischen und moralischen Basics, die eine künstliche Roboterintelligenz haben muss oder müsste, damit sie halt sinnvoll mit Menschen interagieren kann. Und das mag schon sein, dass das hier vielleicht in einem gewissen Rahmen auch in dieser Geschichte drin steckt, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wir haben eigentlich zwei parallel spielende Geschichten, auch innerhalb der Panels parallel spielende Geschichten. Wir haben diese doch sehr, also sorry, aber wirklich nicht sonderlich smart wirkende Hauptgeschichte mit unserer Susanne, die da halt diese Dinge mit den Männern erlebt und wir haben immer so ein bisschen im Hintergrund die parallel stattfindende Geschichte mit diesem Roboter. Dieser Roboter, der trägt den Namen Asics 1.0 und der interagiert dann mal mit dem, keine Ahnung, zum Beispiel den Poseco-Kühler in der Marketingabteilung oder was hat der denn noch mit was interagiert der denn noch so? Ich glaube mit einem Beamer interagiert der und noch mit ganz vielen Sachen, aber alles so lautlos, wortlos im Hintergrund und das Ganze wird dann ganz am Ende in einem Panel, ich will nicht unbedingt von einer Auflösung sprechen, aber naja, irgendwie folgen dann alle Geräte, die plötzlich intelligent sind und reden können und laufen können, folgen dann unserem Roboter und warum auch immer die das tun. Irgendwann ist sie auch in Japan und das ist alles sehr bunt. Das ist grob die Zusammenfassung von dem, was ich hier auf 64 Seiten gelesen habe und das wie gesagt vielleicht auch mit dem Disclaimer, dass ich vielleicht vieles davon nicht verstanden habe, möchte auch noch der Vollständigkeit halber zum Beispiel mal vorlesen, was die Birgit Weihe, ja auch eine von mir sehr geschätzte Comic-Künstlerin, zu diesem Band gesagt hat, das sind nur zwei Zeilen auf der Seite des Verlags, kann man das hier lesen, diese unterschiedlichen Typen, mit denen es Businessgirl zu tun bekommt, sind total auf den Punkt gebracht. Großartig, auch die Nebenerzählung mit dem kleinen Roboter. Ich habe mich wunderbar amüsiert. Und vielleicht ist es wirklich so, dass ich aufgrund mangelnder Kenntnisse in diesem Bereich, auch aufgrund mangelndes Verständnisses für die bestimmt besondere Situation der Susanne ist, hier vielleicht die Raffinesse nicht erkennen konnte. So ist es vielleicht zu erklären, dass das jetzt diese Nebenerzählung mit dem Roboter irgendwie großartig und so, also sorry, nee, einfach nee, kann ich nicht unterschreiben und möchte auf jeden Fall trotzdem nochmal was sagen zu dem kartunesken Stil, den die Lisa hier benutzt. Der ist so ein bisschen vergleichbar, also teilweise erinnert es mich so, ich weiß nicht, ob ihr dieses kennt, diese Werbevideos, diese Erklärvideos, wo so Menschen, glaube ich, bei Facebook sehen wir das zum Beispiel oft, Menschen mit eher einfachen Bewegungen fast schon wirken wie so Ampelmännchen, aber halt in bunt Dinge machen und erklären. Daran erinnert mich, das hier sehr stark, auch wieder ultraflächig koloriert und ich hätte fast gesagt nicht detailreich, das stimmt so nicht, aber es gäbe sicherlich Leute, die würden diesen Stil als simpel bezeichnen. Ich tue das nicht, ich gehe davon aus, dass es eine sehr bewusste künstlerische Entscheidung von Lisa gewesen ist, das so in der Form zu machen, ob sie damit großartig Leute anspricht und vielleicht gerade das Zielpublikum anspricht, das sich vielleicht so ein bisschen aus dem Komplex auseinandersetzen mit dem Thema wünscht, weiß ich nicht, falls es da draußen ein Publikum bei uns auch beim Podcast gibt, das da eine Ebene mehr erkennt als ich oder den Zugang eben auch aufgrund dieser Stilistik findet, dann gebt mir da unbedingt Bescheid, weil wie gesagt, ich sag's am dritten, vierten Mal, ich glaube, ich übersehe da irgendwas. Ja, tut mir ein bisschen leid, das so sagen zu müssen, ich freue mich auf alles Weitere, was ich von der Lisa noch in die Hand kriege, wie gesagt, das war jetzt nicht so mein Ding und ich glaube, dass es nicht repräsentativ ist für die sonstigen Sachen, die wir von ihr und vor allem auch vom Verlag bekommen. Ja, so sieht's aus. Ein Experiment mit Robotern, Breedstorm, hast du Bock? Ja, ich hab mir reingeguckt, spricht mich jetzt nicht sofort an, ehrlich gesagt. Es ist von Schwarzer Turm, die haben ja immer so einen Platz in meinem Herzen, weil das so ein, ja schon, weil die schon sehr früh so Independent-Sachen gemacht haben, so David Lephem, Stray Bullets, Menschenfleisch, auch eine geile Reihe von den Urbegründern, von dem Mille und dem Robi von Schwarzer Turm damals. Ich hab auch meine kleine Passage, wo ich, also jemand davon wohnt, auch in Hessen, wo ich mal ein paar ältere Stray Bullets ausgaben, weil es die nicht mehr gab, direkt von dem gekauft hab. Bei ihm zu Hause war es, war schon sehr strange. Aber das direkt jetzt, wär's jetzt nicht. Also ich mag eher die alten Derben, Horror-Sachen. Es gab dann auch so lustige Sachen wie Al Raune, was eher so ein Erotik-Comic war. also, die hatten schon ein cooles Programm und aktuell hab ich eher das Gefühl, sie sind doch sehr auf dem, ja, auf so sehr, also so ein bisschen Reprodukt-ähnlichen Weg, so. Sehr künstlerisch und so. Ja, wenn ich mir jetzt die aktuelle Website mal anschaue, die schreiben mir auch gezielt Independent-Comics aus Weimar, sie haben ein, wenn ich das hier richtig interpretiere, scheinbar ausschließlich weibliche Künstlerinnen am Start. Das könnte sich also hier ein Stück weit um auch, wenn man so will, die gezielte Ausrichtung des Verlags handeln, was ich ja per se unterstützenswert fände. Und das ist aber wirklich ein Fokus auf nur noch so diese von mir eben teilweise auch genannten Namen, die Leute, die du jetzt gerade genannt hattest, das ist alles so in der Form nicht mehr Teil des Verlagsportfolios, glaube ich. Das scheint mir ausverkauft zu sein. Und vielleicht noch kurz als Ergänzung zu meinen inhaltlichen Ausführungen eben, am Ende bekommen wir noch ein Glossar, in dem die Lisa so ein paar Ausführungen dazu macht, was so verschiedene Begrifflichkeiten halt innerhalb dieses Comics so sein sollen. Ja, also weil sie natürlich dann zum Beispiel mal in der HR-Abteilung ist, ja, und da ist mal von einer Corporate Strategy die Rede und was ist ein Compiler und was Business Development und so. Und dann erklärt sie das auch mit netten, fast schon umgangssprachlichen Worten. Aber ich muss sagen, also ich arbeite in einem Büro, ich habe so eine Grobvorstellung von den Sachen, die sie da erzählt hat und ich fühlte mich so ein bisschen veräppelt bei diesem Glossar, weil ich mich eher so, ja okay, warum machst du das jetzt? Warum erklärst du mir das jetzt nochmal? Ist das nicht irgendwie klar oder so? Und wenn, also weiß ich nicht, wem erklärst du mir das eigentlich gerade alles? Das fand ich alles ein bisschen schräg. Ja Patrick, wie sieht es bei dir aus? Du arbeitest meines Wissens nicht in einem Bürokomplex, sprichst dich systematisch trotzdem an. Zumindest dieser Isaac Asimov-Ansatz klingt für mich interessant, aber so wie du das sagst, ist das alles ein bisschen sehr plakativ. Ist eben die Frage, ob du mehr getriggert wirst, wenn Sachen im Büro schlecht dargestellt werden und ich getriggert werde. Wenn der Verkauf ein bisschen zu authentisch dargestellt wird, kann ich dir nicht sagen, aber reinlesen würde ich schon allein wegen den bekannten Leuten, die dahinter stecken, aber man hört bei dir echt eine ziemliche Enttäuschung raus. So leid. Ich merke, wie du innerlich zerrissen bist, weil du eigentlich was Positives sagen willst, aber es irgendwie nicht so ganz hinhaut. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich wünsche mir tatsächlich ein Interview, wie hat sich dieser Wechsel vollzogen, weil es war wirklich ein sehr derber Verlag. Ich habe eben nochmal ein bisschen durchgestrollt, was es alles gab und es fiel mir ein, natürlich, Geier hat da Horst das erste Mal gebracht, es kam ja dann eine zweite Auflage bei Panini und ist ja nun auch über ein bisschen Fritz the Cat ähnlichen Ansatz, bloß mit den Hasen und also, was ich natürlich auch sehr geliebt habe, Dr. Dippers. Also, das ist eine richtig schöne Horrorreihe gewesen über einen Typen, der halt aus der Nähe vom Fulda Weltkriegsarzt war und verschiedene seiner Eigenarten dann nach dem Krieg einfach mal weitergemacht hat. Also, da kam richtig derbes Zeug auf und irgendwann ging das auch so ein bisschen in die Manga-Richtung. Es gab ja auch mal, wie hieß das nicht, Mangaturm oder so ähnlich. Also, die haben dann auch so eine Mangasparte angefangen, davon lese ich jetzt auch nichts mehr. Also, diesen Wechsel von verschiedenen Ausrichtungen, den würde ich gerne mal von jemandem von Verlag erklärt haben. Was ist da denn passiert? Die sind doch, also okay, jetzt erzähle ich vielleicht gleich richtig schlimmen Quatsch, aber es gibt ja auch noch diesen Freibeutershop, diesen Online, diese Online-Möglichkeit, da was zu kaufen und das gehört ja auch zum Schwarzen Turm Verlag dazu. Da wiederum erscheinen ja auch unzählige Manga, also wirklich unzählige Manga, die auch echt alles bedienen und nicht nur die Sachen aus dem, ich sag mal, Hauptverlag oder so. Da gibt es bestimmt irgendwie voll die sinnvolle Erklärung, wie das zusammenhängt. Andi, du kennst die nicht zufällig, oder? Also, ich kenne den Shop. Ich weiß jetzt, ich weiß auch nur, dass die eben kein reiner Schwarzer Turm Shop sind, sondern eben auch viele Leute auch aus dem Selbstverlag quasi mit vertreiben, so ähnlich wie Quimbi. Aber so exakt habe ich das auch ehrlich gesagt nie hinterfragt und recherchiert, wie da jetzt so die die Verbindung ist oder was da so das Programm ist und die Idee ist zwischen Schwarzer Turm und Freibäuter Shop. Also zumindest hat Freibäuter Shop, die wohl laut Impressum definitiv zum Schwarzen Turm gehören, diverse Verlage und natürlich auch Self-Publisher am Start und ja, da kann man sich einfach viele tolle Sachen kaufen. Ich denke, das ist einfach nur ein weiteres Standbein des Verlags. Andi, ganz kurz noch zu dir. Business Girl ist ja von der Erlangerin, da bist du ja vielleicht nicht ganz unvoreingenommen. Wäre das was für dich? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nie so ganz mit Lisas Zeichenstil warm geworden. Sie war ja auch großer, aktiver Teil der Comic-Blog-Szene, als das so richtig groß war und da habe ich natürlich auch ihre Sachen gesehen, ihre Kurzstrips und ich habe jetzt auch gerade wieder in die Leseprobe reingeschaut reingeschaut von dem Band und es ist nicht so ganz mein Stil, der mich optisch anspricht. Deswegen, ich würde ihn mir jetzt nicht selber kaufen. Wenn ich ihn in die Finger kriegte, würde ich ihn sicher ehrlich mal lesen, aber es ist jetzt nicht auf meiner persönlichen Liste drauf. Verstehe. Dann fach du doch mal weiter mit deinem ersten Comic für heute. Also, ich habe einen Manga dabei, ein Manga, der auch schon viel besprochen wurde in anderen Gazetten und bestimmt auch in Podcasts, die ich nicht gehört habe. Boys Run the Riot und zwar den ersten Band von, wie ich jetzt aus der Recherche weiß, vier Bänden. Ist also in Japan auch schon abgeschlossen. Ist in Japan bei Kodansha erschienen in den Jahren 2020 und 2021. Bei uns ist der erste Band letztes Jahr erschienen in 2022. Zwei Bände sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme raus und ich glaube, der dritte Band kommt im März und der vierte Band ist dann auch schon angekündigt für irgendwie Juni oder irgendwie sowas. Also, die nächsten zwei Bände und damit auch die letzten beiden Bände stehen an in den nächsten Monaten. Worum geht's und von wem ist es? Es ist von einem Mangaka namens Keito Gaku, also ein Projekt eines einzelnen Menschen und die deutsche Übersetzung ist von Gandalf Bartholomeus, wie gesagt, bei Carlsen erschienen. Es ist eine Teen Transgender Geschichte, wobei das glaube ich nur so einen schon den Hauptteil der Geschichte umreißt, aber an sich sind da auch durchaus noch andere Aspekte in dem Comic mitverhandelt als jetzt nur das Transgender Thema, aber die Hauptfigur Ryo, eine als Teenager Mädchen gelesene Hauptfigur, die ihr eigenes Ich, ihr eigenes Körperempfinden entdeckt oder damit hadert. In Japan herrscht Uniformpflicht in den Schulen, das heißt, Mädchen tragen eine Mädchenuniform, Röckchen und so und Bluse und Jungs Anzug, Hemd, Krawatte, wie man es aus vielen japanischen Schulgeschichten, Filmen, Manga etc. kennt. Und damit geht es dann auch schon los. Das also Rio trägt Kurzhaarschnitt und fühlt sich nicht wohl in der zugeschriebenen Uniform, trägt deswegen diese auch nicht und kommt also in legeren sportlichen Klamotten, weiteren Klamotten in die Schule und eckt damit dann eben auch schon an, sowohl bei der Lehrerschaft als auch bei der Schülerschaft, wo es immer heißt, sei doch mal normal. Und das ist tatsächlich so eine Sache in der japanischen Kultur, die ich auch schon von Leuten berichtet bekommen habe, die in Japan eine Weile gelebt haben, beziehungsweise die man natürlich auch selber immer wieder liest, wenn man sich damit beschäftigt oder auch in gewisser Weise zumindest beobachten kann, wenn man nur mal als Besucher dort ist, dass es tendenziell und auch historisch in der japanischen Kultur so ist, dass man besser nicht heraussticht. Man versucht quasi immer so in der Masse unterzugehen beziehungsweise sich auch der Masse der Gesellschaft unterzuordnen. Es ist sehr uniformiert, es ist sehr reglementiert, es ist sehr ritualisiert und man sticht nicht gerne heraus. Wie in dem Manga auch mal der Satz fällt, der Nagel, der heraussteht, der wird mit dem Hammer geschlagen. Das ist so ein Bild dafür, dass man also, wenn man eben nicht normal ist, wenn man sich nicht in die Gruppe, in die Gesellschaft eingliedert, sondern individuell sein will, dann kriegt man halt auch mal auf den Deckel. Und das ist dann eben auch das, was an anderen Figuren innerhalb dieser Geschichte auch mitverhandelt wird. Also Rio ist die Hauptfigur, hadert wie gesagt mit sich, mit dem eigenen Empfinden, mit der Situation innerhalb dieser schulischen Gesellschaft und trifft dann eines Tages einen Mitschüler, einen neuen Mitschüler, der in die Klasse oder in diese Klassenstufe durchgefallen ist, also auch schon etwas älter ist, treffen sich zufällig im gleichen Modeladen. Der Mitschüler heißt Gin und sie stellen fest, dass sie quasi einen ähnlichen Modegeschmack haben und Gin ist so ein großer Typ, auch schon ein bisschen älter, auch ein sehr selbstbewusst und auch so ein herausstechender Typ, der eben auch nicht normal ist und der sagt, er will ein Modelabel gründen und wir haben ja den gleichen Modegeschmack, wollen wir nicht zusammen ein Modelabel gründen und Rio ist davon auch erstmal ein bisschen überfordert, Rio ist auch künstlerisch tätig, sprüht Graffiti und irgendwie finden die beiden dann eben zusammen und beschließen, sie gründen jetzt so ein T-Shirt-Label, fangen wir mal mit T-Shirts, Rio macht die Designs, Gin kümmert sich irgendwie so um die ganze Idee und alles und Mitschüler bzw. Gin ist da auch sehr sehr forscht dabei, das auch zu präsentieren und es auch kundzutun, Rio immer sehr zurückgenommen und Gin ist sehr sehr selbstbewusst und kümmert sich nicht darum, was jetzt irgendwie andere von ihm denken und von dieser Idee denken, die sagen, was soll denn der Quatsch, was bildest du dir ein, dass du glaubst, du könntest ein Modelabel gründen und damit auch Erfolg haben, haha, das geht doch gar nicht und er lässt sich davon nicht beirren und Rio lässt sich davon dann in gewisser Weise auch mitziehen im Laufe der Geschichte, kommt dann noch eine dritte Figur dazu, ja auch so ein bisschen so ein in Anführungsstrichen der Nerd, ein bisschen klischeehaft auch schon fast in der Geschichte ist, der sich dann so auch um den in den Webshop kümmern soll und, nee, um die Fotografie, schuldig, weil, stimmt, der ist eigentlich, der ist die, er alleine ist die Fotografie AG, also der einzige Fotograf irgendwie an der Schule, um den sich auch niemand kümmert und der soll dann die Modefotos schießen, eben für den Webshop, so kommt der Zusammenhang her und, ja, wie gesagt, in diesem ersten Band treffen diese Figuren so aufeinander, beschließen, das alles so zu machen, ich weiß, im Verlauf der Geschichte kommt dann noch eine Fashion-Bloggerin auch mit dazu, über die ich jetzt noch nicht so viel weiß, die wird im ersten Band so ein bisschen mit angedeutet, da kommt dann in den Folgebänden wohl mehr dazu und es ist alles sehr, sehr flott erzählt, schon so ein bisschen auch so eine Team-Soap-Opera, also es ist schon auch durchaus ein, ich denke, ein jugendlicher Manga für ein jugendliches Publikum, was natürlich nicht heißt, dass Erwachsene den nicht lesen können, aber man muss vielleicht schon auch trotzdem ein bisschen das mitbringen, was, wenn man viel Manga liest, dann kennt man diesen Stil wahrscheinlich und hat sich auch schon an den gewöhnt, dass es eben auch so leichte Seifen-Oper-Effekte mit drin hat, wenn man mit Manga jetzt vielleicht noch nicht so viel Berührung hatte, denkt man vielleicht ein bisschen, dass, ja, auch ein bisschen schwülstig sein kann an der einen oder anderen Stelle, aber mir hat es gut gefallen, ich fand es zeichnerisch auch sehr gut, es ist auch eine interessante Hintergrundgeschichte, der Manga-Kar ist eben auch selbst ein Transgender-Mann, der also quasi hier auch aus dem eigenen Leben, aus dem eigenen Erleben schöpft als Transgender-Mann in Japan und, ja, wie gesagt, diese vierbändige Reihe da offensichtlich auch recht erfolgreich rausgebracht hat, es gibt amerikanische Besetzungen, es gibt deutsche Besetzungen sicherlich auch noch in anderen Ländern und was ich bisher davon eben mitbekommen hatte, war, dass er auch wirklich überall recht gut besprochen wurde, was mich natürlich auch auf ihn aufmerksam gemacht hat, beziehungsweise ich hatte ihn auch schon gesehen, als er in Karlsson in der Vorankündigung war und nachdem er dann eben auch wirklich gut besprochen wurde, dachte ich mir, dann folge ich da auch mal meinem Urinstinkt und lese mal den ersten Band und möchte sagen, ja, also wie gesagt, ist absolut eine Empfehlung, wenn man irgendwie Interesse an so einer Geschichte hat und als ich dann jetzt tatsächlich in der etwas tieferen Recherche auch rausgefunden habe, dass es in vier Bänden auch abgeschlossen ist, was mir jetzt auch wieder eher entgegenkommt, als so komplett fortlaufende Serien oder Sachen, die schon 25 Bände haben, halte ich es noch mehr sogar für eine Empfehlung auch über so den, die Standard-Manga-Szene hinaus, die nicht genug Bände von einer Serie kriegen kann, sondern auch Menschen, die nur gelegentlich mal an einem Manga interessiert sind, denke ich, sind mit vier Bänden nicht überfordert. Also Boys Run the Riot, wie gesagt, zwei Bände sind erschienen bei Karlsson, zwei Bände kommen jetzt in den nächsten Monaten. Eine Empfehlung. Ja, mega. Also wie es der Zufall so will, ist es natürlich so, dass ich hier gerade die komplette PDF von dem Ding vor mir habe, denn im letzten Herbst haben wir die, bzw. ich, keine Ahnung, wir alle irgendwie vorab geschickt bekommen. Ich weiß nicht, hast du den in Originalien echt in der Hand oder hast du auch diese PDF gelesen? Ich habe das PDF gelesen. PDF gelesen, okay. Das heißt, ich habe jetzt auch mal so einen Überblick mir davon gegönnt und ich finde es ja ganz cool, es hat ja auch so dunkle und düstere Szenen und was mir vor allem immer auffällt ist, dass es hier scheinbar mindestens noch mehrfach so Fotovorlagen gegeben hat. Ich sehe hier einen Kleiderschrank zum Beispiel, der taucht auf. Ich sehe irgendwelche Stadtszenarien. Es gibt auch ein ziemlich geiles Graffiti, das hier irgendwann auftaucht und so. Wie hat dir das gefallen? Wie empfandest du das? Das hatten wir hin und wieder ja schon beim Manga, das Thema Fotovorlagen. Ist das für dich ein Problem, sowas? Das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass, ich habe ja vorhin erwähnt, Keto Gaku, soweit ich das weiß zumindest, arbeitet alleine oder hat alleine an diesem Manga gearbeitet. Man weiß ja nicht immer, wenn Assistenten und Assistentinnen an Manga gearbeitet haben. Nichtsdestotrotz, ja, also, ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Ich finde, dass es in diesem Fall recht gut verarbeitet ist. Also, du sagst Vorlage, ich vermute fast tatsächlich echter Hintergrund. Also, dass das wirklich Foto eingearbeitet und aber auch bearbeitet ist. Inyo Asano macht das zum Beispiel auch und verschiedene andere, viele machen das, glaube ich, auch im Manga. Und dann, für mein ästhetisches Empfinden kommt es dann immer ein bisschen darauf an, wie die Bearbeitung eben gemacht ist. Ob es zu stark nach Fremdkörper wirkt im Panel. Also, wenn sich Figuren und Foto, also gezeichneter Teil und fotografierter Teil zu stark unterscheiden oder zu stark voneinander abheben, komme ich da manchmal nicht so mit klar. Ich finde jetzt, in diesem Fall ist es recht gut gelungen, dass das auch trotzdem nicht störend wirkt, sondern einheitlich ist. Dass es mit einem guten Lesefluss man trotzdem hat und auch gut in diese Welt reinkommt. Also, mich hat es ästhetisch nicht gestört. Ich fand das gut gemacht. Ja, interessiert mich schon. Ich weiß, das klingt halt immer so ein bisschen, das ist ja auch das, was der Breedstorm hier bei anderen Besprechungen schon immer mal erwähnt hatte, ist halt so Slice of Life und das muss man irgendwie auch wollen, also als Publikum, als lesende Person, dass es halt manchmal auch einfach halt kleine Probleme gibt, um die sich nur Individuen kümmern und nicht immer gleich komplette Weltuntergangsszenarien oder so und viele Gruppen an Menschen, was nicht alles, also es kann auch mal im kleinen Rahmen funktionieren und das finde ich eigentlich faszinierend, das ist ja vermutlich Japaner gewesen hier, also Manga halt, das spielt ja hier auch in der großen Stadt, zumindest auf dem, was ich in den Bildern sehe, in einer so großen, anonymen Stadt, dann doch so kleine, individuelle Geschichten stattfinden und eben auch erzählt werden, finde ich ja faszinierend, da gibt es entsprechend ja auch scheinbar ein Publikum für und scheinbar sogar hier ein Publikum auch in Deutschland. Patrick, wie sieht das aus? Würdest du mal reinschauen? Ich habe die PDF hier liegen und ich fand das, was ich bisher gelesen habe, sympathisch, also ich werde den Comic auf jeden Fall fertig lesen. Ach, du liest ja eh alles, das ist doch kein Argument. Ja, aber ich lese das diesmal motiviert, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Sehr gut. Breedstorm, was meinst du? Ja, auf keinen Fall. Also nichts daran gerade hat mich angesprochen. Ich habe ja nachher auch noch einen Comic, wo es um ja junge Menschen geht, aber es ist ein sehr fiktiver Ansatz, ein sehr ja, lustiger Ansatz. Wir wissen, was kommt. Nichts, nicht was, nichts was hat mich daran direkt jetzt angesprochen. Keine Ahnung, ich habe keine Beziehung dazu und weiß ich nicht. Ich habe nichts anderes erwartet, aber das macht ja auch nichts. Und das, was Andi gerade gesprochen hat, so mit diesem Slice of Life und so, die Diskussion hatten wir schon und das geht auch so ein bisschen eben in die Richtung, was ich vorhin meinte, mit, dass es eben auch etwas Seifenoperig daherkommt, was eben so Team Manga ja auch gerne mal hat und dass das nicht für alle Lesenden zwingend immer ansprechend ist, also dass man da vielleicht auch ein bisschen den Draht zu haben muss oder eben auch nicht oder gerade wenn man vielleicht auch ein gewisses Alter überschritten hat und das ist dann halt einfach nicht Breedstorms-Ecke. Bevor wir erfahren, was Breedstorms-Ecke nun vielleicht ist, fragen wir erstmal den Patrick, was er heute als zweiten Comic am Start hat. Ich habe ja schon im Vorfeld gemeint, dass ich nach Das Haus am See angefixt war und dann doch nochmal den Hill House Comics eine Chance gegeben habe und habe dann Schiff der lebenden Toten gelesen von Joe Hill, Stuart Immunem und als Kolorist Dave Stewart. Jeder, der uns jetzt lang genug hört, weiß, dass Dave Stewart unter uns schon ziemlich ein Bewunderer hat, eben weil er in Sachen Kolorierung wirklich einiges rausholt. Die Handlung ist einfach denkbar simpel. Es geht darum, dass eine Ölbohrgesellschaft 1983 spurlos verschwunden ist und 40 Jahre später sendet dieses Schiff ein Notsignal raus und Captain Carpenter und seine Crew befassen sich dann damit, was es jetzt mit diesem Funkspruch auf sich hat, fahren dafür an die Antarktis und kommen eine sehr, sehr seltsame Crew, die blind ist und scheinbar von einer Art Intelligenz, einer außerirdischen Intelligenz kontrolliert wird und sie versuchen jetzt die Daten von diesem Schiff der Derlef zu bergen und was dabei rauskommt, ist eben wirklich eine Hommage an John Carpenter man könnte schon fast sagen, es ist eine Fanfiction an John Carpenter, nicht nur, dass der Captain John Carpenter heißt, wir haben hier noch einen Charakter namens McReady, also der Charakter von Kurt Russell aus The Thing, dann haben wir auch noch einen Charakter namens Russell, dann dieses Antarktis Szenario, wir haben hier parasitäre Aliens, also es schreit schon richtig nah, The Thing dass da keiner Plagiat gerufen hat, hat mich schon sehr gewundert, aber es ist eben sehr, sehr stimmig, sehr, sehr sympathisch inszeniert, Immunem hat da wirklich ein paar sehr schöne creepy Zeichnungen gemacht, Dave Stewart hat das Ganze richtig schön unterkühlt inszeniert, es hat The Thing, es hat Cthulhu Vibes, also Mountains of Madness, The Thing Vibes, aber es ist irgendwie sympathisch, Joe Hill, also Stephen Kings auch mal in so einer Art Fanboy Modus, in so einer Art Fanfiction Modus zu sehen und es ist schon fast wie so eine Art hochwertiger Edeltrash inszeniert, ich hatte da mal einen Spaß mit, auch wenn ich ständig dachte, ja, das ist so ein Member Barrys zersetzter Horrorcomic, aber er hat irgendwie Spaß gemacht, ich weiß auch nicht wieso, und da beginnt schon so geil, ich klicke mal wieder, weil ich das so mache, wenn ich moderiere durch die Leseprobe durch und da haben wir gleich zu Beginn so eine Szene mit so riesen Tentakel Fischen, also Oktopusse heißt das dann, keine Ahnung, so riesen Viecher halt, der ganze Strand ist voll mit toten Viechern halt, das sieht schon krass aus, da sieht echt krass aus. Und diese außerirdische Intelligenz, die hat es geschafft, die Zahl Pi zu Ende zurechten, so krass sind die drauf. So krass, ey. Das ist so genau dieses Level von krass, das so der, keine Ahnung, gemeine Ami halt noch versteht. Das ist schön, sehr schön, gefällt mir. Erinnert mich auch so ein bisschen, könnte sein, ich kenne ja wieder keine Vorlage oder sowas, aber kann das sein, dass es auch so ein bisschen was von Der Schwarm hat? Der Schwarm ist auch sehr inspiriert von The Thing und Kifu, also ja, es hat auf jeden Fall was von Der Schwarm. Ja, so mit im Meer leben, weißt du, und irgendwie ja, genau. Ja, mega, also da kommt ja auch demnächst die Serie, vielleicht ist das was auch für Fans von genau solchen Sachen. Andi, was meinst du, hast du Bock? Also, wenn jemand Pi ausrechnet, ist mir das zu krass, so hart bin ich nicht. So krass. Naja, also das, da träume ich nicht ran. Ja, an sich klingt das sehr, sehr gut, die Leute, die da dran beteiligt sind, sind sehr gut. Was mich ein bisschen so Schmerz ist und das ist leider bei so, das ist im Horror-Genre schon seit Jahren einfach zu viel, dass wenn man solche Hommagen macht, man die Charaktere auch immer benennt nach den Menschen, die man homagiert und das finde ich teilweise, das nimmt einen auch gerne mal raus, dann irgendwie, mach doch einfach dein Ding, vertrau darauf, dass das Publikum das auch versteht und benutze nicht noch, also nenne nicht auch noch deine ganzen Hauptfiguren nach den Menschen, an denen du dich orientierst. Das finde ich ein bisschen schade dann sowas. Scream hat es halt vorgemacht und Joe Hill wollte diese Story erst gar nicht veröffentlichen, weil er gemeint hat, das ist ein bisschen zu Fanboy-mäßig und dann wurde er dazu inspiriert beziehungsweise ich würde nicht sagen gedrängt, aber man hat ihm nahegelegt, ja wenn das Ding schon Hill House Productions heißt, dann müssten doch mindestens ein, zwei Storys von Joe Hill auch dabei sein und deswegen hat er es dann letztendlich als Comic rausgebracht. Ja, es ist halt kein Grund generell die Figuren irgendwie John Carpenter zu nennen und McCready und Russell. Kate, nee der heißt Gage Carpenter. Ja okay, vorhin hast du John gesagt, aber okay. Sei es auch nur der Nachname, also das ist einfach, generell passiert das in Horrorfilmen und in Horrorgeschichten zu viel, dass man immer die Verweise so plump mit einbaut, das sollte man gefälligst, also finde ich, sollte man lassen. Ich finde es schon cool, dass überhaupt so viel von dem Zeug, was mir echt tatsächlich so ein bisschen nischig erscheint, hier auf Deutsch kommt und dass diese Hill House Comics Geschichte, dass es hier scheinbar auch wieder im Publikum findet, finde ich ja ganz toll, weil man ja, also ich meine ursprünglich war das mal so ein Ding, dann war irgendwann klar, okay, es kommen drei davon raus, jetzt sind wir schon, keine Ahnung, vierten, fünften davon mindestens mal und das freut mich. Ich finde es eben auch schön, dass sowas Kleines, Palpiges dann trotzdem so dermaßen durch die Decke geht, dass es dann unter unterschiedlichen Namen trotzdem fortgeführt wird. Was Kleines, Palpiges, Breedstorm? Ich wollte, Entschuldigung, wenn ich da nochmal einschreiten darf. Einschreiten, als wäre ein Skandal. Halt, Stopp! Ja, also ich finde nicht, dass das was Kleines, Palpiges ist, das ist bei einem großen Verlag erschienen mit großen Namen, DC hat Joe Hill sein extra Sub-Label gegeben, damit das veröffentlicht wird, einfach nur, weil er Joe Hill ist. Das ist jetzt kein Indie-Ding von irgendeinem Selbstverlag oder so, also so klein ist es nicht. Hat er recht, Patrick, oder? Jaja, und trotzdem hat das echt so Horror-Trash-Vibes. Ja, Trash scheint man nicht für Indie, sondern auch für Großstehen kann, ist ja alles cool, schön. Breedstorm-Indie-Trash-Vibes in großproduzierten Comic-Dingern, wäre das was für dich? Ja, ich habe mir das schon auf die Bookmark-Liste gelegt, das könnte ich so unterschreiben, sei genau das Gegenteil von dem, was Joe Hill am Anfang wollte, dass er den Namen King jetzt nicht so ins Spiel bringt und jetzt löst er mit seinem neuen Namen oder mit seinem, mit seinen, ja eigentlich ist er sowas wie ein Alice Joe Hill, sondern würde einfach Joe Hill King draufschreiben, das hat jetzt den gleichen Effekt halt, dass wo der Name draufsteht, das verkauft sich halt. Aber das ist ja auch erarbeitet. Er wollte es ja geheim halten und dann stand trotzdem in jeder zweiten Werbung, Joe Hill ist der Sohn von Stephen King und damit haben sie es dann trotzdem vermarktet. Und er heißt ja Joseph Hillström King mit wirklichen Namen und er hat sich dieses Pseudonym extra angelegt, um sich so von seinem Vater zu distanzieren und trotzdem, er sieht aus wie Stephen King vor 20, 30 Jahren, er schreibt mittlerweile recht ähnlich, er kann das einfach nicht ablegen. Also wenn ich diesen Namen hätte, ich hätte ihn auf jeden Fall behalten, nee, ist ja episch. Ja. Jo, lieber Breedstorm, wo wir gerade von episch reden, da bin ich doch sehr gespannt, was uns jetzt bei dir in der zweiten Besprechung erwartet. Ja, unlängst begab ich mich in die örtliche Bücherei, um einige Pokémon-Mangas zu ergattern für meine Kinder, weil ich ja immer noch den Wunsch habe, dass sie jetzt einfach mal ein bisschen mehr lesen und Pokémon ist jetzt wieder anscheinend der heiße Scheiß bei denen, es müssen Unmengen von Karten gekauft und getauscht werden und alles ist wichtig, wo irgendwie ein Pikachu drauf ist und ein Evoli, das ist alles sehr, sehr wichtig und da dachte ich, ja, probieren wir es nochmal, weil es gibt ja jetzt eine Menge, Pokémon-Mangas wieder und die habe ich eingepackt und da sah ich zufällig da auch zwei Bände vor aus der Panini-Reihe zu Stranger Things rumliegen und zwar waren drei und vier, Band eins und zwei hatte ich schon mal gelesen und es waren immer so Bände, die gern mal so, ja, so Nebenfiguren beschrieben haben, die für die Serie keine Relevanz haben, was natürlich auch Sinn macht, sind ja offizielle Bände von der Serie, da können sie nicht sich jetzt großartig auf irgendwas in der Serie drauf auswirken, ne, also sie haben zum Beispiel in der 3, den ich mir ausgeliehen habe, wo zum Beispiel die Story von weiteren Wesen oder Menschen, die gefangen gehalten wurden, wie Eleven, wurden dann halt andere Zahlen aus dieser Reihe genommen, da wurden dann, was weiß ich, die Beziehung von Nummer 7 zu Nummer 8 oder sowas beschrieben und hatte keinerlei Verbindung jetzt mit der Serie, so ein bisschen wie das, wie wir es bei Wolverine mit Weapon X beziehungsweise, als wir den rausgefunden haben, ist es gar nicht Weapon X, sondern es war für 10 und es gibt noch andere Waffen und so weiter und so fort, ne, also, ähm, ja, also das hat mich jetzt nicht so überzeugt, sehr, sehr oft so, dass bei Comics zu irgendwelchen Serien man dann mehr so, mehr so unterwältigt ist, wenn man das liest und umso überraschter war ich, als ich Band 4 Das Camp gelesen habe, auf den Cover von gut drauf Dustin und Susi und ja, was soll ich sagen, es ist ein sehr gelungenes Spin-Off was sogar einen Bezug zu der Serie hat, wir erinnern uns, als Dustin plötzlich mit seiner Freundin, die er aus dem Perin-Lager kennt, nämlich Susi, telefoniert und sie dann Never-Ending Story singen und so weiter, da fragen wir uns, hey, was ist denn da eigentlich passiert, was, also scheint ja geil gewesen zu sein, aber warum erzählst du es mir nicht, warum, warum, warum kriege ich das nicht näher gebracht, dieser Comic enthält die gesamte Storyline, wie die beiden sich kennengelernt haben und die haben sich auf einem Feriencamp namens Camp Nowhere kennengelernt, also ein Ferienlager für Leute, die ja einfach sehr viel Wissen sich in ihrer Freizeit drauf schaffen wollen, also so ein Lager für Wissenschaftsnerds und da lernen die beiden sich kennen, was natürlich auch noch passiert, ist, dass wir so eine Scream-mäßige Slasher-Storyline da reingeballert kriegen, aber auf eine unterhaltsame, lustige, aber auch manchmal ein bisschen blutige Art und Weise und Dustin muss sich jetzt mal fern von übernatürlichen Monstern aus anderen Dimensionen und von von russischen Invasoren und von Geheimlabors einfach mal ja mit so einem schönen Oldschool Mörder, der verschiedene Leute aus diesem Camp daraus zerrt, beschäftigen und gleichzeitig noch irgendwie seine Liebe für Susie entdecken und das haben die Herren Jodie Hauser oder weiß ich jetzt gar nicht, also auf jeden Fall Jodie Hauser und Edgar Salazar, die mir jetzt nichts großartig sagen, haben das eigentlich sehr gut umgesetzt, also gerade für so eine Adaption, klar, da sind einige Fotos, wo ich sage, Bilder, wo ich sage, okay, da haben wir ganz klar an den Fotos gearbeitet, aber gerade bei Susie, da gab es ja jetzt nicht so viel, was man da jetzt hätte umsetzen können an Bildern, die man einfach in die Panels reinzieht und da haben sie sich schon Mühe gegeben und eine nette, unterhaltsame Storyline aus dem Ferienlager mit sehr viel Spaß zusammengebastelt, für mich ein bisschen besser als Slice of Lies und ja, kann ich wirklich, wenn man die Serie mag, ist das zumindest der vierte Band hier eine sehr schöne Ergänzung dazu. Schabe fertig. Und ich habe so viele Fragen, ey, also, wenn es schon heißt, damals im Ferienlager, dann muss doch da irgendeine Anspielung auf American Pie 2 drin sein, ist da irgendwas bei? Also eine Flöte kommt nicht vor. Flöte kommt nicht vor. Schade. Okay. Zweite Sache, ich habe ja auch wieder durch die Leseprobe scrollt und ich finde, dass Dustin jetzt, boah, also, klar, in der Mütze auf, aber ansonsten sieht der jetzt irgendwie nicht unbedingt aus wie Dustin. Wie waren, also, du hast gemeint, dir jetzt gefallen, richtig? Ja. Also, er sieht ein bisschen optisch besser aus als der Schauspieler, da gebe ich dir vollkommen recht. Okay. Aber ich finde es eigentlich gut, dass es nicht nur durchgepauste Fotos oder Screenshots sind, sondern, dass man da doch selber ein bisschen was gemacht hat. Verstehe. Ja, weil wir sehen auch in einem Bild hier in der Leseprobe auch mal die anderen Protagonisten aus der Serie halt noch in jungen Jahren, also aus den ersten Staffeln muss das halt irgendwo spielen. Vielleicht sogar ein Stück zu jung sogar, wenn ich es so einschätze, die wurden ja dann relativ schnell, relativ alt auch und so. Und als sie sich kennenlernen, das war dann, was war das ja, schon dritte Staffel irgendwann oder vor der dritten sogar. Weiß ich gerade auf die Schnelle nicht. Da, ja, weiß ich nicht, ob das zeitlich richtig getroffen ist. Und was ich mich natürlich dann durchaus noch frage, wenn es da im Fanlager diese Geschichte gab, wo die sich kennen und lieben lernen und dann ist ja dieser Mörder, der hat scheinbar da so ein Blutgemetzel gemacht, dann muss das ja für einen jungen Mann, könnte das ja tatsächlich eine schockierende, traumatische Erfahrung sein. Das spielt ja offensichtlich in der Serie keine, TV-Serie keine weitere Rolle. Gibt es irgendwie eine Art von Erklärung für? Oder anders gefragt, unser Dustin in diesem Comic, wie verhält der sich? Abgeklärt und cool, weil er schon so viele schlimme Sachen gesehen hat und deswegen ist das sonst in seinem Alltag, in seinem Leben nicht weiter thematisierenswert? Oder ist das wirklich letztlich eine Logiklücke in dieser Handlung? Ja, Sherlock Brill, ich werde Auskunft geben. Gerne. Einerseits mit diesen, wo du drauf anspielst, mit den anderen Figuren aus der Serie, das ist ein klassischer Rückblick in diese Zeit, wo er sich an das Rollenspiel erinnert, wie das mit seinen Kumpels da so ist und er sinniert da auch so ein bisschen drüber, weil im Ferienlager, wie das in jedem Ferienlager ist, hat er nicht nur Freunde, natürlich gibt es auch Leute, die in der Pi sacken, obwohl da alles Nerds sind, gibt es da schon ein paar bösartige Menschen und er muss sich jetzt genau einstellen. Er denkt manchmal, ja, wie war das, als wir die verschiedenen Monster in unserer Heimatstadt bekämpft haben und was kann ich davon hier verwenden oder wo muss ich mich umstellen? Und das ist genau das, wonach du gefragt hast. Also er muss da eine komplett andere Person sein, als er das in seinem Heimatort war. Zum Beispiel sagt er dann, ja, habt ihr auch Bock irgendwie auf Rollenspiel und dann suchen sie aber einen, der meistert und er hat am Anfang ein bisschen auf die Kacke gehauen und hat gesagt, ja, ja, er meistert auch irgendwann mal wieder, die machen das in Abwechslung und das stimmt natürlich nicht. Also er war niemals der Meister in dem Spiel, hat das Spiel niemals geleitet, sondern war immer nur Teilnehmer, er muss sich jetzt in einer komplett neuen Rolle stellen und das macht auch irgendwie Spaß. Hm, okay. Ja. Ich find's ja gut, dass du endlich mal was an sich in den Begleitcomics von der Serie gefunden hast, die scheinbar da auch einen gewissen Mehrwert letztlich bietet und vor allem auch interessante Figuren und ja wirklich einen noch nicht erzählten Teil der Geschichte uns erzählt. Ich bin auch sehr gespannt, Patrick und ich werden beide demnächst unabhängig voneinander, wie das so ist, auch mal bei dem The Last of Us Comic reinlesen. Vielleicht werden wir da hier auch nochmal an der Stelle was berichten können dazu. Patrick, wie sieht's aus? Ich weiß, dass du ein Riesen-Stranger-Things-Fan bist. Hast du die Comics auch mal reingeschaut? Bisher nicht. Riesen-Stranger-Things-Fan ist jetzt auch verkehrt. Ich hab erst so in der dritten Staffel reingefunden. Die erste und zweite fand ich nur nett und erst ab der dritten hatte es für mich so ein bisschen so diesen selbstironischen Faktor, der mir so ein bisschen gefehlt hat, weil vor was eben 81er-Jahre-Referenz an die nächste geknallt. Aber ja, es klingt für mich spannend, schon allein wegen diesem Scream-artigen Szenario. Und das denn ist ja eh einer so der Fan-Lieblinge. Und ja, es klingt zumindest echt spaßig. Und ich hab auch immer wieder so diese leichte Distanz zu Fan-Comics, also zum Spin-Off zu dem, zu dem, zu dem. Also wenn das stimmig ist, gerne, aber oft wird das eben wirklich jetzt gerade passend auf den Markt hingeschleudert. Okay. Andi, willst du es lesen? Ich würde es mir nicht besorgen. Sagen wir es mal so. Ich hab auch gerade wieder in die Leseprobe reingeschaut. Ich find's zeichnerisch ein bisschen schwierig. Und das ist aber leider häufig für mein Empfinden so bei so Franchise-Comics, die auf irgendwelchen Filmen oder Fernsehserien basieren, wenn's dann eben um Ähnlichkeiten zu echten Menschen geht. Da haben dann häufig ja auch Menschen mitzureden, entweder die Schauspieler selber oder irgendwelche Rechtehalter oder so, ob das jetzt ähnlich genug ausschaut oder ob das nochmal anders gezeichnet werden muss und so. Und ich persönlich würde mir da tatsächlich mal eine größere Abstraktion wünschen, dass es dann doch eher, ja, cartooniger, zeichnerischer wird und weniger versucht, ähm, tatsächlich realistisch zu sein. Das bisschen, was ich jetzt da gesehen habe, scheint irgendwo für mein Empfinden so dazwischen zu liegen. Ähm, ihr habt jetzt den Last of Us Comic angesprochen, den hab ich selber nicht gelesen, aber ich weiß, Faith Aaron Hicks hat den gezeichnet, ähm, die jetzt wirklich auch tatsächlich einen cartoonigeren Stil hat. Auch da hab ich jetzt grad mal wieder ein bisschen kurz in die Leseprobe reingeschaut. Also sowas kommt mir dann eher entgegen. Klar, ich weiß, da sind jetzt keine, ähm, direkten, echten Schauspieler so, so ganz direkt so, die, die Vorbilder, auch wenn's natürlich da irgendwie Vorbilder gibt und die Figuren im Spiel relativ realistisch sind. Ähm, aber ja, wie gesagt, da, und das, vielleicht ist es auch das, wie es dir gerade ging, Andi, beim, beim Reinschauen, so dieses, es ist nicht, aber es ist auch nicht so richtig abstrahiert davon, dass man sich so ein bisschen davon auch mehr lösen könnte, wenn man die Figuren in einem Comic anschaut und das ist für mich dann gerne mal bei solchen Sachen so ein bisschen so ein Störfaktor, um so richtig Lust zu kriegen, das zu lesen. Also da würde ich mir wirklich cartoonigere Versionen der Figuren in einem Comic wünschen. Das würde, würde mich persönlich eher ansprechen. Dann hätte ich mehr Lust, das tatsächlich auch zu lesen. Ja, verstehe. Weil eine Abstraktion es dir einfacher machen würde, diese Figuren auch für die Figuren aus der Serie zu halten. Habe ich richtig verstanden. Ja, genau. Also du kommst dann so in diesen Uncanny Valley-Bereich, wenn es irgendwie realistisch sein will, aber eben nicht so richtig realistisch ist und dann so ein bisschen störend. Also für meinen, ich mag ja einfach cartoonigere Sachen eh lieber. Also so realistische Sachen, außer ab und zu mal so ein Alex Ross, der das ja ganz, ganz gut kann. Aber so eben so dieses, dieses Dazwischen, dass du den Schauspieler schon noch irgendwie erkennen kannst, aber es ist jetzt halt auch nicht so super realistisch, dass es halt wirklich vollkommen überzeugend ist, dann habe ich es lieber in einer abstrahierteren Version und dann kann ich mich da eher darauf einlassen. Liebes Publikum, was mich mal doch sehr interessieren würde, der Breedstorm hat hier gerade Ausgabe 3 und 4 vorgestellt. Es gibt scheinbar noch verschiedene Zwischenausgaben, die keine Nummerierung haben. Irgendwas mit Erika und dann noch irgendwas mit Dungeons & Dragons und es gibt inzwischen aber auch Ausgabe 5 und 6 und währenddessen nur vom Cover abgeleitet, teilweise, also Ausgabe 5 wohl eher so Prequel-mäßig sein dürfte. Es scheint mir Ausgabe 6 sich halt beim Schauplatz der aktuellen beziehungsweise letzten Staffel ja aufzuhalten. Da würde mich einfach interessieren, wie es euch gefällt, ob das so passt und wie eure Eindrücke von den fortlaufenden Geschichten da gewesen sind. Schreibt uns gerne da in Signal und Telegram. Könnt ihr einfach unmittelbar und zeitnah Kontakt mit uns aufnehmen, ob ihr das gelesen habt oder nicht. Wird mich mega interessieren. Dann, wenn ich richtig mitgezählt habe und das ist heute ein bisschen schwierig für mich, bin ich jetzt dran mit meiner Besprechung und deswegen möchte ich zu sprechen kommen auf Supergirl, die Frau von Morgan. Warum ich diesen Comic hier vorstelle, ist recht einfach beantwortet, denn ich habe euch auf Twitter gefragt, was ich vorstellen soll. Denn es gab so verschiedene Sachen, die zur Debatte standen, auch der Last of Us Comic und auch ein Nightwing Comic und ihr habt gleich verteilt auf Supergirl und Nightwing geantwortet. Supergirl selbst war aber was, was mich persönlich so am meisten interessiert hat, denn vor kurzem wurde vom DC Universe beziehungsweise von den DC Filmen, die irgendwann irgendwie irgendwo kommen werden, halt vorgestellt, was da demnächst so auf uns zukommt. James Gunn heißt der gute Mann, der da verantwortlich ist, hat da eine Menge Sachen präsentiert und was mir da neben der tatsächlich sehr interessanten Vorlage, die hier für Green Lantern mal eine Rolle spielen wird, also Green Lantern Earth One, was ich echt für eine spannende Entscheidung halte, wurde unter anderem als Vorlage für einen kommenden Supergirl Film der Comic, den ich heute besprechen möchte, vorgestellt. Und ich werde auch nicht so weit ausholen, weil das dauert sonst alles wieder viel zu lange und ich wiederhole mich viel zu oft, aber ich habe vor ungefähr fünfeinhalb Jahren aufgehört, DC Comics wirklich zu lesen. Also so diese fortlaufenden Geschichten bei Batman und der Justice League am Ball zu bleiben. Ich habe da irgendwie komplett den Anschluss verloren und hier noch viel zu viele Sachen stehen, die alle gelesen werden wollen, die auch teilweise entsprechend alt sind. Aber wenn ich immer mal wieder, vor allem in meiner YouTube Timeline, dann mal so reingespült bekomme an Kurzvideos, was da gerade bei DC los ist, dann habe ich auch echt überhaupt kein Interesse mehr. Es ist halt wirklich, wie das halt bei DC immer so ist, immer gleich mega episch, alles ist komplett anders und zwar alle sechs Monate und zwar ganz schlimm und ich habe auch irgendwie, also ich tue mich halt schwer. Was ich allerdings gehört hatte, war, dass diese Vorlage hier, Supergirl, die Frau von morgen, geschrieben von Tom King und gezeichnet von Billquiz Ivy Lee, dass das voll gut sein sollte. Vorne drauf steht Infinite Frontier. Ich glaube, das ist mal wieder irgendeine Form von Neustart bei DC. Keine Ahnung, ist mir auch völlig egal, denn ich wusste, dass man diese Miniserie hier, die im Deutsch gesammelt erscheint, das sind acht US-Ausgaben, dass man das wohl ganz gut lesen könne und wenn dann als Autor auch noch Tom King draufsteht, die kennen wir von ganz vielen Sachen, die wir gut finden können. Ich habe reingelesen, schon in den Mr. Miracle, ich habe gelesen, gehabt diesen Divisions, der Patrick mir mal ausgeliehen, die beiden Softcover, die es davon gibt und auch bei Batman und so, habe vieles von dem gelesen, wobei Batman fand ich gar nicht so geil, das fand ich eher völlig daneben sogar, aber im Grunde nach macht Tom King eine gute Arbeit, weil er auch dafür bekannt ist, so einen emotionalen Touch mit reinzubringen, eine gewisse Menschlichkeit mit darzustellen und auch aufgrund seiner eigenen Biografie, der hat irgendwie was CIA, FBI, keine Ahnung, wohl da, sagen wir mal, sich mit Menschen beschäftigt und hat wohl einen ganz guten Einblick in menschliche Psychologie und das Ganze kommt hier abgeschlossen daher, da dachte ich mir, kauf sie dir mal, habe ich mir gebraucht, besorgt für einen, also gepreedstormt quasi und ganz im Ernst, ich mache es kurz, ich glaube, das ist das Beste, was ich von Supergirl je gelesen habe. Ich habe viel von Supergirl gelesen, kann mich unter anderem auch erinnern an die Sachen, die wir bei den New 52 bekommen haben, das war halt auch eine Teenage Supergirl, die war, glaube ich, noch nicht volljährig, die ist irgendwie auf der Erde, fühlt sich irgendwie verloren, das war letztlich Coming of Age im DC-Universum und bis auf ein bisschen regelmäßiges Haut drauf, ist mir davon echt nicht viel in Erinnerung geblieben und ich glaube, ich habe es zu Recht vergessen. Im Gegensatz zu diesem Supergirl hier, bei dem ich mir wirklich vorstellen kann, dass es für eine Filmvorlage dient. Ich gehe nicht zu sehr in die Inhalte, wir beginnen letztlich mit einem Monolog, einem Monolog auf einem fremden Planeten, wurde gesprochen von einer Ruthie. Ruthie spricht ein bisschen geschwollen, es wirkt so ein bisschen mittelalterlich, alles ein bisschen cool, sie ist eines von, ich glaube, sieben Geschwistern beziehungsweise von sieben noch lebenden Geschwistern und ihr Vater wird getötet. Sie begibt sich auf die Verfolgung und will jetzt den Mörder ihres Vaters umbringen und dabei trifft sie auf Supergirl. Supergirl ist gerade 21 geworden und ist, um sich mal so richtig schön wegzuballern, ganz weit weggeflogen und zwar in ein System, in ein Sternensystem, wo es keine gelbe Sonne gibt, wo sie halt nicht diese Superkräfte hat, sondern quasi ein normaler Mensch ist und dort kann sie halt mal Alkohol trinken und auch wirklich einen Rausch erleben. Sie sitzt alleine in der Bar, sieht eher traurig als schön aus, aber scheinbar möchte sie das machen. Sie hat natürlich auch immer noch mit 21 den Tod ihrer Mitmenschen, ihrer Lieben, ihrer Familie, Freunde, whatever und natürlich den Tod ihrer kompletten Weltbevölkerung, also Krypton, zu verarbeiten und das könnte wohl der Grund sein, warum sie alleine in dieser Bar sitzt. Bis auf ihren Hund Krypto gibt es da nicht mehr viel, was sie begleitet. Auf jeden Fall trifft sie auf Ruthie, Ruthie trifft auf Supergirl und es entspinnt sich ein riesengroßer Roadtrip quer über verschiedene Planeten und durch Galaxien und man folgt diesem Mörder bis hin zu einem epischen, wobei so episch ist es gar nicht, einem emotionalen Finale. Das Ganze ist gespickt mit haufenweise geilem Scheiß. Das sind so ganz viele so, ich möchte mal in moderne Ansätze drin, Frauenfiguren zu erzählen. Es geht natürlich ein bisschen um Selbstfindung. Es geht natürlich aber auch um mal sowas wie, man sitzt in so einer Art Zug oder Bus und der fette Typ schläft auf seiner Schulter ein und du hast gar keinen Bock auf den und fühlt sich mehr als nur bedrängt in deiner Intimsphäre und keine Ahnung, Supergirl haut ihm dann eine, aber auf jeden Fall wird davor halt eine Menge schlaue Sachen dazu gesagt. Fand ich einfach schön zu lesen irgendwie. Es geht natürlich um Verlust, es geht aber auch um große Themen wie Genozid und zwar im wirklich krassen Stil. Wir sehen, wie das auch so ist mit Supergirl mal zu reisen. Ich meine, Supergirl, die hat das große rote S auf der Brust, die wird wiedererkannt und die hat immerhin schon diesen Cousin, der ja auch nicht irgendwer ist und da gibt es halt Leute, die wollen sich eigentlich einen Superman rächen, die haben aber keinen Bock von Superman eine gescheuert zu kriegen, also nehmen sie alternativ sich halt Supergirl vor und wollen die halt bedrohen, die natürlich jetzt ihrem Cousin nicht sonderlich hinterherhinkt und da einfach auch Kontra geben kann, aber das sind alles so Themen, das ist halt saugeil, wie die halt so alltägliche Sachen erzählt werden, wie sie, vor allem diese ganze emotionale Sache, die ich erzählt hatte, also diese Interaktion zwischen diesen weiblichen Figuren, die komplett unterschiedlich geprägt sind, hat es mir auch angetan, wir haben natürlich diese scheinbar an irgendeiner schweren Form von Depression aufgrund des Traumata, des Verlusts von Krypton leidenden Supergirl, das sie zum keinen Zeitpunkt raushängen lässt, sie ist immer grundsätzlich diese strahlende Figur, zumindest in einem gewissen Rahmen strahlende Figur, aber es schwingt eine unheimliche Traurigkeit in wirklich vielem mit, was wir hier sehen und es wird uns aber auch durch die Erzählerfigur, die Ruthie, die das Ganze hier nämlich aus einer nachtäglichen Sicht nochmal zusätzlich quasi erzählt, beigebracht oder nahegelegt und das ist wirklich unheimlich unterhaltsam. Wir haben aber auch mal so eine Szene, wo Supergirl Ruthie erklärt, wie man sich eigentlich richtig die Hände wäscht und das musste Ruthie nie machen, Ruthie ist auf irgendeiner Ebene, irgendeine Steppe, wo auch immer, geborenes Kind und da gab es nicht viel als die eigene Familie und sag mal sowas wie ein Hygienekonzept gab es da auch nicht unbedingt und wenn da plötzlich öffentlicher Personenweitverkehr, keine Ahnung, wie man das nennen würde, wenn man interstellar reist, wenn das plötzlich da muss man sich eben auch mal die Hände waschen. Ja und viele, viele weitere Sachen, wir sehen unheimlich viele Figuren, die ein bisschen so, also der Vergleich zu Star Wars, der ist immer so relativ, ja aber wir haben halt wirklich viele verschiedene Alienrassen, wir haben auch so von der Art und Weise der Interaktion her ist es mir so ein bisschen an die erste halbe Stunde vielleicht vom letzten Thor-Film, ja auch mit einem fremden Planeten, Interaktionen, also ein bisschen das Rustikale trifft auf fremde Welten, bisschen diese auch von der Erzählung von unserer Ruthie hier vielleicht sogar, ich möchte meinen mittelalterlich anmutende Sprachgebrauch im interstellaren Zusammenhang oder bei so interstellaren Settings, wahnsinnig faszinierend, wie gesagt, vielleicht das Beste, was ich je gelesen habe und das Ganze kommt eben auch daher in einem Artwork von der Wilquise Eileen, das halt atemberaubend ist, es ist bunt und gleichzeitig düster und zwar in der Art und Weise, wie beispielsweise so eine Supergirl mal ganz traurig, sie havert so über dem Boden und sie guckt in ein Dorf, ja das könnte auch ein deutscher Kleinstadt sein und sie guckt da so rein und analysiert alle Menschen, aber halt es geht um die, in dem Fall, es ist halt diese Geschichte mit dem Genozid und die Situation ist eigentlich eher bedenklich oder traurig und wie sie halt so guckt und so feststellt, okay, hier müssten quasi zwei Rassen in diesem Dorf existieren, ich glaube die blaue und die violette aber es existiert nur die violette was ist mit der blauen und das nur durch Mimik präsentiert es ist wirklich toll und im Hintergrund scheint aber schön die Sonne ja, weil es ist ja ein ganz normaler Tag in einem beschaulichen Umfeld in einem beschaulichen Land wir haben dann so auch Szenenwechsel in der Verwaltung und ein Typ der die Müllabführung macht und so also ihr merkt schon ich werde wieder sehr lange in meinen Ausführungen weil ich einfach sehr angetan bin das Ganze abgewechselt mit auch unheimlich düsteren brutalen Slasher-Szenen und einer Charakterentwicklung die es mir sehr angetan hat meine klare Empfehlung für diesen Comic der nicht sehr alt ist den kann man immer noch kaufen und ich würde mich freuen wenn wir davon eine angemessene Filmumsetzung sehen würden Patrick ich weiß bei DC renne ich bei dir auch ein Stück weit offene Türen ein wie sind deine Verbindungen zu Supergirl ich habe einiges von der Serie gesehen ich sehe hier sogar so ein paar Ausschnitte da sieht sie so ein bisschen Melissa Ben-Wist also der Serien-Supergirl ähnlich das klingt nur jetzt nicht so gewollt Vogue sorry falls ich das sage wie die Serie sondern ein Stück weit authentisch feministischer und Tom King ist eben wirklich so ein Autor der es schafft Helden irgendwie menschlich darzustellen das hast du jetzt auch mehrfach durchklingen lassen dass sie da echt subtil menschlich dargestellt wird also hat mich schon mal direkt angefixt und auch die Farbpalette die hier geboten wird und die Alien-Rassen diese Gebrochenheit von Supergirl sie ist teilweise mit einer der unterschätzendsten Charaktere ich erinnere nur an New 52 wo sie bei dieser Brainiac-Story so eine Person anguckt und dann sagt irgendwas ist komisch an deinen Brüsten du hast da sehr viel Plastik drin also manchmal wird sie auch arg für dumme Witze benutzt das war nicht Supergirl das war Powergirl das ist ihr Klon nee nee das war Supergirl bei Brainiac sie wurde manchmal echt für so ein bisschen den stumpfen Blondinenwitz benutzt Powergirl sogar noch eine Stufe mehr aber nee das war wirklich Supergirl also das war Cara und da jetzt mal so eine angemessen tragische Version zu sehen finde ich schön vor allem wenn man bedenkt dass sie bei Infinite Crisis da wirklich so diesen tragischen hellen Tod hat zusammen mit Barry Allen und beide haben eine Zeit lang dieses DC-Serien-Universum mit als Flaggschiff aufrechterhalten weißt du jetzt klatscht da vorne dieser Banner drauf Infinite Frontier und der hat bestimmte Leute die Ahnung haben irgendeine Aussage die können das dann einordnen und wissen wo man das irgendwie jetzt ob man das so lesen kann oder ob man das in irgendeiner Continuity lesen kann oder so ich hab keine Ahnung und ehrlich gesagt will ich die auch nicht mehr haben ich bin jetzt zu alt und zu krummelig um die noch haben zu wollen aber ich fänd's echt gut und wir hatten das hier auch schon bei einem Batman-Comic mit den drei Jokern den du mir ausgeliehen hattest den ich vor kurzem hier besprochen hatte ich fänd ein Banner gut das so viel sagt wie kannst du lesen ohne vorher noch 30 andere Sachen gelesen haben zu müssen sondern ich fänd gut so abgeschlossene DC-Story das fänd ich als Banner das wäre wirklich mal ein Banner mit dem ich was anfangen könnte ey das steht sogar auf der Rückseite da steht abgeschlossene Story in fünf Dings in fünf Heften in die komplette US-Miniserie in einen Band also im Prinzip ist das dieses Logo, das du suchst wo steht das? auf der Rückseite von der deutschen Ausgabe steht komplette US-Miniserie in ein Band ach du meinst hier auf dem Comic den ich es gerade vorgestellt habe genau da ist ein Satz darauf richtig ja absolut man muss auch nicht viel wissen das Pferd kommt vor das Superpferd sind auch irgendeine Namen toll ich hab mich mit dieser Infinite-Reiter auch nicht großartig beschäftigt aber es wurde echt von Dr. Manhattan von Flash und durch diverse Krisen quasi so oft durcheinander gerüttelt dass ich da auch echt mal so ein paar entschlackte Versionen brauch weil es ist mir echt arg konfus geworden dass die C-Universum so wie sie sich in den letzten Jahren gerebootet haben absolut und ich glaub es geht danach wieder los und wieder weiter wie gesagt aktuell den Starten die sind uns immer circa sechs bis zwölf Monate voraus ist das nicht viel einfacher geworden ja abgeschlossene Supergirl-Geschichte und das Ganze soll ja auch eine Filmvorlage werden Andi könntest du da mal einen Blick reinwerfen wollen ich sag mal so das sind auf jeden Fall zwei sehr interessant geschriebene Frauenfiguren ich also mein Bezug zu Supergirl ist nahezu nicht vorhanden wenn ich mal einen Supergirl-Comic gelesen habe dann war das wahrscheinlich in den 80er Jahren und dann war der wahrscheinlich aus den 70er Jahren oder so keine Ahnung aber in dem was du jetzt beschrieben hast und in dem was ich zeichnerisch gesehen habe finde ich tatsächlich sehr spannend ich finde die die Zeichnerin sehr 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 gut ohne mich bisher groß mit ihr beschäftigt zu haben aber ich habe auf jeden Fall schon mal was von ihr gesehen soweit ich es auch sehe arbeitet sie traditionell mit Bleistift und Tusche und Pinsel tuscht selbst mit Pinsel sowas finde ich ja auch immer spannend also ich mich haben jetzt tatsächlich die die Seiten da sehr überzeugt ich mag ja um das noch mal zu wiederholen kein sehr großer Superhelden Comic Leser und dann bin ich häufig gerade so von den was ich so sehe zumindest von den von den regelmäßigen Serien von den Zeichnungen meistens nicht so angetan weil es mir dann tatsächlich zu sehr in in den Versuch geht realistisch zu sein gerade was die Kolorierung dann auch angeht das ist mir teilweise zu flashy und zu Effekt überladen und ich habe es gerne ein bisschen ein bisschen ja simpler um es mal so auszudrücken und das was ich jetzt hier gesehen habe hat mir tatsächlich sehr gut gefallen also schöne Science Fiction Welten schöner Zeichensstil auch ein bisschen was so die Gesichter angeht wirkt das auch wieder ein bisschen so von von Animations von so klassischem Animationsfilm beeinflusst das was ich irgendwie auch bei bei Adventure Man wann auch immer ich den besprochen habe schon mal so mit mit erwähnt habe also mich hat das jetzt tatsächlich angesprochen also du hast mir Lust drauf gemacht und in Verbindung mit dem was ich an Zeichnungen gesehen habe finde ich das eine sehr interessante Sache also vielleicht bekomme ich mal die Gelegenheit den tatsächlich mal zu lesen und dann ja habe ich vielleicht auch mal einen Zugang zu Supergirl gefunden sehr gut Breedstorm bei den Superhelden bist du nicht komplett raus das weiß ich ich kann mir allerdings vorstellen dass du auch nicht den aktuellsten Stand von allen Serien kennst hast du Interesse an der Serie ist ja abgeschlossen ja du hast mir jetzt schmackhaft gemacht ich mag auch nicht mehr ewig lange Arcs verfolgen aber sowas abgeschlossenes und mit einer Figur die okay ist warum nicht dann gehen wir fast auf unser großes Finale und die Einleitung dazu kann der Andi mit seinem zweiten Comic machen bleiben wir bei DC wir haben jetzt quasi so ein DC mindestens Triple Feature am Stück ich bespreche jetzt wie gesagt den ersten Sammelband der Reihe Hellblazer oder auch John Konstantin Hellblazer die über Jahrzehnte bei DC gelaufen ist noch unter dem normalen DC Comics Logo erschienen ist bevor dann die Vertigo Reihe bzw. das Vertigo Sublabel bei DC gegründet wurde ich fasse das mal so ganz kurz zusammen DC hatte in den 80er Jahren mehrere Reihen die so irgendwie nicht so richtig ganz in das DC Universum gepasst haben das waren dann hauptsächlich Swamp Thing eben Hellblazer und auch Sandman und um diesen Reihen ein eigenes Universum zu geben beziehungsweise dass sie eben nicht Teil einer Kontinuität eines Universums sein mussten wurde das Vertigo Label gegründet und ab da konnten die Reihen dann eben auch unabhängig von dem klassischen DC Universum existieren und ihre Geschichten erzählen ohne Rücksicht zu nehmen darauf was zum Beispiel gerade bei Superman los ist aber als Hellblazer gestartet ist war es eben noch Teil des DC Universums entsprang der Swamp Thing Reihe Saga of the Swamp Thing als Alan Moore das geschrieben hat und zusammen mit Steve Passett und John Tuttleman und Rick Veach die Reihe gestaltet hat John Konstantin war zunächst so ein Hintergrundcharakter beziehungsweise ich glaube es war Steve Passett der das zu dem Zeitpunkt gezeichnet hat hat immer wieder so eine Figur im Hintergrund gezeichnet in den Panels die so leicht von Sting beeinflusst war der mit der Band The Police in den 80er Jahren populär war und irgendwann haben sie beschlossen okay diese Figur die jetzt da immer im Hintergrund auftaucht mit den blonden Haaren mit dem gestreiften T-Shirt da machen wir jetzt mal eine echte Figur draus der kriegt jetzt einen Namen und einen Charakter und daraus wurde dann John Konstantin der ja Magier der sich mit Dämonen anlegt war dann erstmal Teil der Reihe Swamp Thing und dann wurde eben irgendwann beschlossen die Figur ist gut die Figur ist populär der geben wir eine eigene Comic Reise Reihe und das wurde dann Hellblazer anfangs geschrieben von Jamie Delano und in diesem ersten Band Original Sins sind eben die ersten neun Hefte enthalten die 1988 erschienen sind also geschrieben von Jamie Delano gezeichnet von John Ridgway und Alfredo Alcala Farben von Lovan Kinzirsky das Lettering ist von Annie Helfakri Todd Klein und John Constanza und die Cover sind von Dave McKean der dann natürlich auch durch seine Sandman Cover sehr bekannt und populär geworden ist und natürlich noch die viele andere Sachen die er gestaltet hat und auch Comic Seiten etc so damit jetzt erstmal alles so kurz zum Hintergrund mein persönlicher Hintergrund mit Hellblazer ist derjenige dass ich den auch irgendwann so in den 90er Jahren für mich entdeckt habe zu dem Zeitpunkt als Paul Jenkins ihn geschrieben hat und dann natürlich auch im Rückgang mit der mit der Garth Ennis Ära als ich dann angefangen habe Preacher zu lesen und alles zu lesen was irgendwie so Garth Ennis rausbrachte habe ich dann natürlich auch Dangerous Habits gelesen den wir im Anschluss besprechen werden und jetzt dachte ich mir dann eben endlich wenn wir Dangerous Habits besprechen nutze ich die Gelegenheit mal und lese jetzt endlich mal den Beginn der Hellblazer Reihe und ich glaube nicht dass ich von Jamie Delano schon mal was gelesen hatte vielleicht mal irgendwo eine Kurzgeschichte oder ein einzelnes Heft oder so weiß ich nicht mehr so genau aber auf jeden Fall eben noch nicht seinen Hellblazer den ich jetzt mal so als den Ursprungs-Hellblazer bezeichnen möchte also dachte mir nutze ich die Gelegenheit lese jetzt endlich mal diesen Band und was kann ich sagen ich bin extrem begeistert gewesen von diesem Band wie gesagt es ist in den 80er Jahren erschienen 1988 Jamie Delano schreibt also mich hat tatsächlich die Prosa sehr begeistert ich bin meistens kein Fan von sehr textlastigen Comics vor allem Text der kein Dialog ist das ist etwas was mir tatsächlich bei Preacher als ich den damals gelesen habe aufgefallen ist dass der hauptsächlich über Dialog funktioniert sehr wenig Erzähltext hat was ich sehr sehr gut finde im Normalfall das ist bei Jamie Delanos Hellblazer zumindest bei diesen neuen Heften etwas anders da ist durchaus mehr Erzähltext aber Erzähltext im Sinne von dass man Konstantins Gedanken und inneren Monolog erzählt bekommt das ist nicht so ein auktorialer Erzähler sondern das ist eigentlich immer Konstantin oder fast immer Konstantin der hier erzählt und die Art und Weise wie Jamie Delano schreibt fand ich also tatsächlich sehr schon an poetisch Grenzen also eine wunderschöne Prosa ich habe es auf Englisch gelesen die mir sehr zugesagt hat und in dieser Schreibe erzählt er wunderbare 80er Jahre Horror Geschichten die auch tatsächlich sehr eben aus diesem 80er Jahre England herauskommen wo es starke Einflüsse gibt eben aus der sozialen und politischen Situation befinden uns also hier in dieser Ära natürlich das Thatcherismus Margaret Thatcher ist Präministerin in England sehr sehr konservativ sehr kapitalistisch getrieben in England auch eine starke ausländerfeindliche Bewegung zu der Zeit mit der National Front und all das sind Themen die sich hier in diesen ersten Heften auch wiederfinden also es geht hier über die Figur Konstantin hinaus um reale Themen aus der wahren Welt die in Horror Geschichten verarbeitet sind und besprochen werden und präsentiert werden hauptsächlich es geht natürlich immer um Konstantin der sich mit irgendwelchen Dämonen anlegt der nicht immer nett zu seinen Freunden ist und zu seiner Familie ist also all diese echten also quasi Dämonen aus der Hölle aber auch so die Dämonen des Lebens die ihn verfolgen eben diese Bürde die er auch mit sich trägt weil er eben immer so mit den dunklen Künsten sich beschäftigt dass das eben auch die menschlichen Beziehungen die er hat mit belastet und sein Leben dahingehend auch prägt das ist also das eine was da drin ist was sich durch die ganze Hellbläserei zieht aber eben wie gesagt diese Kapitalismus Kritik die da enthalten ist diese politische Kritik die da mit enthalten ist diese gesellschaftliche Kritik die Jamie Delano eben in den 80er Jahren in England so erlebt und hier verarbeitet fand ich also erstaunlich ist vielleicht der falsche Begriff weil das haben andere natürlich auch gemacht aber so aus dem was ich an Hellblazer gelesen habe ist mir das hier eben besonders herausgestochen weil das jetzt wirklich so dieser 80er Jahre Hellblazer war den ich so bisher nicht kannte weil das was ich eben gelesen habe hauptsächlich aus den 90ern und später dann auch gestammt hat zeichnerisch ist es da tatsächlich eben auch sehr verhaftet in diesem 80er Jahre Horrorcomic werden wir bei Dangerous Habits sicherlich auch noch drüber reden über den Stil also hat einen gewissen Stil für den man sich vielleicht auch erst erwärmen muss wenn man es nicht selber in der Zeit gelesen hat das ist etwas zum Beispiel was mir bei den ersten Sandman Ausgaben immer so ein bisschen im Weg stand bis ich dann doch endlich mal angefangen habe zu lesen Sandman ein Comic von dem ich mir immer dachte ich glaube der ist für mich gemacht und dann habe ich immer das erste Heft oder den ersten Band angeschaut und dachte mir aber kommt mir aber ästhetisch jetzt nicht so ganz entgegen deswegen hat es ein bisschen gedauert bis ich es dann tatsächlich gelesen habe und mich darin verliebt habe und so in diesem Bereich ist ja eine ähnliche Zeit auch Sandman eben so Ende der 80er Jahre begonnen und in diesem 80er Jahre Horrorcomic Stil auch begonnen also da bewegt sich eben auch Konstantin zu dieser Zeit Hellblazer also wie gesagt ich bin total begeistert ich möchte dringend mehr von von Jamie Delano lesen ich möchte mehr von seinem Hellblazer lesen ich habe rausgefunden dass er auch zwei Romane rausgebracht hat dafür interessiere ich mich jetzt es ist hatte ich schon lange nicht mehr dass ich einen Comic gelesen habe den ich schon eigentlich quasi so so ewig kenne und ewig auf der Liste habe den dann endlich zu lesen und eine Figur die ich ja auch gut kenne oder zumindest relativ gut kenne von der ich diverse Iterationen kenne die ich längere Zeit auch wirklich regelmäßig gelesen habe die ich eine meiner Lieblingsfiguren so aus dieser Comicwelt nennen möchte dass ich da so ein so ein Band lese den ich noch nicht kenne und das Ganze nochmal auf einer in einer anderen Interpretation auf einer anderen Ebene finde die mich aber auch total begeistert hat also ich möchte sagen für diejenigen die Hellblazer nur aus aus späteren Iterationen kennen oder ich vermute mal dass die Garth Ennis Version wahrscheinlich so die bekannteste ist die also nur die Garth Ennis Version kennen möchte ich sagen geht auch gerne mal zurück und lest die Anfänge von Hellblazer Jamie Lidlano hat da ganz tolle Sachen geschrieben ja das war es von Original Sins bevor wir zu Dangerous Habits übergehen vor ungefähr drei Ewigkeiten habe ich das alles auch gelesen und ich kann mich nicht mehr im Detail an diesen Band erinnern wie ist es denn Hellblazer ist ja eine Figur also John Constantine der kommt ja wie du selbst schon auch sagst aus den Swamp Thing Comics ist das ein Band den man lesen kann um sich mit der Figur erst einmal auseinander zu setzen um einen Einstieg darin zu finden um das was die Figur zu auch würde ich sagen einer meiner Lieblings DC Figuren macht um sich da mit um sich dieser Figur anzunähern was ist der bessere Einstieg als die Nummer eins naja also ich das was wir gleich besprechen ja das glaube ich nicht also ich glaube man kann auch mit Dangerous Habits einsteigen ich glaube nicht dass es der bessere Einstieg ist also von daher ich glaube ich würde jetzt nicht Leute zwingend darauf hinweisen les mal Swamp Thing Ausgabe wie viel auch immer um Constantine kennenzulernen was ich noch ein bisschen einschränkend zu Original Sins dazu sagen möchte und das ist was auch Jamie Delano in seinem Vorwort sagt als die Serie geschöpft wurde bei DC kam das zu einem Zeitpunkt wo Rick Veach auch die das Schreiben der Swamp Thing Reihe übernommen hat und das traf so ein bisschen aufeinander dass Rick Veach für seine Swamp Thing Ausgaben auch schon mit John Constantine geplant hat und dann aber erst erfahren dass Jamie Delano jetzt hat eine eigene Hellblazer Reihe gemacht und da John Constantine schreibt deswegen sind so die hinteren Hefte in diesem Band quasi ein Crossover mit Swamp Thing aber die Swamp Thing Hefte sind hier nicht mit enthalten Jamie Delano beschreibt in seinem Vorwort was die Situation ist worum es so geht damit man ein bisschen Hintergrundwissen hat wenn man jetzt nur diese Hellblazer Hefte liest so wie ich es jetzt eben auch getan habe die funktionieren dann schon auch so für sich sind aber dann nicht so stark wie es die ersten Hefte in diesem Band sind und dann aber danach soweit ich das verstanden habe in den in den Folgebänden ist das dann eben auch nicht mehr so weil dann eben klar war okay John Manus schreibt den und ist jetzt eben nicht mehr in Swamp Thing und da passieren jetzt nicht mehr so diese Crossover Momente dass zwei Autoren sich da jetzt abstimmen müssen ohne es eben vorher so richtig gewusst zu haben Wenn man fragt was ist der beste Einstieg bei John Constantine bei Hellblazer dann meine ich vor allem einen Comic der es mir ermöglicht als wirklich Neueinsteiger bei der Figur die Figur zu verstehen was macht sie aus und da können wir jetzt an der Stelle ja gerne mal ein bisschen ausholen weil dafür haben wir jetzt ja letztlich auch die Zeit was ist eigentlich John Constantine und warum ist der vielleicht auch eine Figur die so ein bisschen also die halt auch wirklich definitiv die Geschichte durchgemacht hat du hast jetzt verschiedene Jahrzehnte ja gemeint die die Figur geprägt haben und welche Charaktereigenschaften sie ausmacht darauf will ich Rebirth war da war das eben nicht mehr der Typ der halt irgendwo ein Pentagramm auf dem Boden zeichnet und sagen wir mal Tricks anwendet sondern das war so ein Typ der Energiebände schießt und zusammen mit Monster Frankenstein und einer anderen Magic Zauber Schwester ja durch transdimensionale Welten reißt und große Gegner bekämpft also letztlich keine Ahnung Superman mit Magiekräften weißt du wie das ist ja eine ganz andere Form von John Constantine Hellblazer als das was damals was ich noch so als mein Johnny kennengelernt hab und was das eigentlich ist das versuche ich halt mit dieser Frage irgendwie zu eruieren und jetzt überlege ich gerade was sind so die Eckpunkte von Hellblazer von John Constantine er sagt von sich ja selbstständig er wäre ein absoluter Arsch und er wäre Egoist und er würde immer alle kaputt machen und in den Tod treiben und letztlich wäre er das Schlimmste was der Menschheit passieren könnte das sagt er wirklich sehr oft man könnte es fast für einen Running Gag halten so oft kommt es in seinen Geschichten über die Jahre hinweg immer wieder vor und er hat damit ja auch nicht ganz unrecht aber das ist nur ein Teilaspekt dessen was ihn ausmacht ja okay er ist irgendwie so eine Art Hexenmeister ja okay er kann Dinge beschwören hat eine Menge Bücher gelesen mit irgendwelchen magischen Sprüchen er hat eine sehr interessante auch Geburtsgeschichte zum Beispiel und er raucht und er ist Engländer und er säuft aber das sind für mich gar nicht die Dinge die den jetzt primär ausmachen es ist für mich vor allem sein Umgang mit anderen Menschen anderen Figuren und das sind gerade die Figuren die wir in diesen ersten Geschichten so sehr intensiv und regelmäßig kennenlernen das ist zum Beispiel dieser Taxifahrer Chase glaube ich heißt er heißt er Chase ich glaube der ist Chase oder Chad oder was der zum Beispiel also das ist sowas wie sein bester Freund über Jahre hinweg wie er mit dem umgeht was er dem sagt und auf welche Art und Weisen er dem sagt oder auch eine das weiß ich nur noch nur noch in vereinzelt aber ich habe es in Erinnerung als eine sehr einträgsame Geschichte und das ist ja glaube ich das wie es dann auch hier nach Dangerous Habits auch weitergeht was ist eigentlich mit dieser Kit ja mit der dann ja letztlich auch eine längere Beziehung führt und so lange Jahre bevor es Satana oder Santana oder wie die heißt bei CC Gart überhaupt ja bevor die überhaupt am Ansatz eine Rolle spielte war das diese Kit eine von nebenan eine die er in unserem Comic nachher dann als Miss Irland beschreibt also eine ganz natürliche normale Person halt die einfach gern mal einen mittringt aber halt auf jeden Fall auf menschlicher Ebene mit ihm connectet und das sind so die Dinge wie da die Interaktion stattfindet das finde ich ganz toll oder ich habe mal was gelesen wo war das denn das war genau das war in diesem den Patrick mir ausgeliehen hatte auch bei Black Label mit diesem Engel dieser Dreiteiler der da erscheint gerade da gibt es die Situation dass er ganz frisch spontan bei einer ihm völlig renten Familie übernachtet und du siehst quasi zwei Panels das erste Panel ist absolute Skepsis die wissen nicht wer das ist also die restliche Familie weiß nicht wer das ist und er will jetzt übernachten zack Schnitt Nacht vorbei nächster Morgen die Familie liebt ihn weil er es nämlich geschafft hat diese Menschen innerhalb einer Nacht innerhalb weniger Sätze so um den Finger zu wickeln dass sie ihm vertrauen also die Interaktion mit anderen Menschen die ist für mich das was die Figur zentral auszeichnet und jetzt habe ich viele Sachen dazu gesagt frag dich nochmal Andi ganz direkt sind das auch Sachen die hier schon irgendwie zu erkennen sind ja absolut es gibt ein Abenteuer wo es darum geht dass seine Nichte entführt wird und dass er eben da mit seiner Schwester interagiert die ja dann auch später immer wieder vorkommt und wie sein Verhältnis zu seiner Familie in dem Fall auch ist lasst uns dann auch mal zu Dangerous Habits übergehen weil ich habe jetzt ein paar Sachen auch nicht also ich habe jetzt noch keinen Vergleich zum Beispiel herangezogen weil ich eben Dangerous Habits noch nicht vorwegnehmen wollte aber mir sind jetzt natürlich Dinge aufgefallen auch jetzt im direkten hintereinander lesen beziehungsweise wieder lesen bei Dangerous Habits wie auch Unterschiede sind zwischen Jamie Delano und Garth Ennis zumindest jetzt nur basierend auf Original Sins und Dangerous Habits alles was dann jeweils danach kommt habe ich jetzt nicht nicht im Vergleich also ich glaube also du hattest nur 52 und danach etc. angesprochen das ist ja eigentlich nicht mehr Hellblazer also die Hellblazer Reihe wurde dann ja eingestellt und John Konstantin hat eine neue Reihe bekommen die nicht mehr Hellblazer hieß und wo er dann eben auch wieder Teil des DC Superhelden Universums war das ist etwas was ich nicht gelesen habe also die Iteration die du gerade beschrieben hast ist mir fremd daran hatte ich dann auch kein Interesse und ich habe auch nicht alles gelesen was bei Vertigo rauskam auch da habe ich irgendwann mal einen Absprung gemacht ich glaube dass Konstantin also die Frage wer Konstantin ist ich glaube du hast das schon recht gut beschrieben und dann gibt es aber natürlich trotzdem noch Unterschiede daran gemessen wer hat ihn geschrieben zum jeweiligen Zeitpunkt also ich glaube dass Konstantin da auch ein Katalysator ist für die Ideen und Visionen des jeweiligen Autoren oder der jeweiligen Autorin zu einem gewissen Zeitpunkt welche Geschichten sie mit dieser Figur erzählen möchten und es gibt glaube ich Versionen davon die mehr darauf konzentriert sind die Geschichte von John Konstantin zu erzählen und dann gibt es Versionen und ich glaube dass diese ersten Delano Hefte so eine Version sind wo Konstantin da ist um andere Geschichten zu erzählen also wie gesagt dieses politische und sozialkritische das in Original Sins zum großen Teil drin ist ist in Dangerous Habits so nicht enthalten weil da eine andere Geschichte erzählt wird da wird die Geschichte eine Geschichte von John Konstantin erzählt und bei Original Sins ich dachte da teilweise so ein bisschen an Max Rokotansky aus Mad Max wo es wenig um Mad Max geht aber eher so ein gewisser Katalysator ist um Geschichten von anderen Charakteren zu erzählen und andere Themen zu verhandeln und deswegen glaube ich ist es da oder wie es bei verschiedenen James Bond Darstellern ist so ja was ist der Kern von James Bond kommt immer so ein bisschen drauf an welche Welche Iterationen man sich anschaut und das fand ich ganz spannend jetzt im Vergleich zwischen Dangerous Habits und Original Sins deswegen mein Vorschlag wäre jetzt tatsächlich mal in Dangerous Habits dann einzusteigen Das werden wir auf jeden Fall gleich tun und wir müssen generell Hellblazer glaube ich unsere persönliche Einstellung dazu eben auch nochmal abklappern bevor wir jetzt diese direkten Vergleiche auch ziehen ihr hört im Mittag grundsicherlich jemanden schreien der mit mir verwandt ist da schon mal vielmals hin und Entschuldigung Patrick vielleicht noch ganz kurz zu dir Original Sins hast du das gelesen kannst du noch was zu sagen willst du noch kurz was zu dem erstmal ergänzen na klar also ich hab den damals sogar im Panini Forum geschossen zusammen mit ein Dutzend anderen Hellblazer Bändern unter anderem auch Dangerous Habits ich hab heute nochmal die ersten vier Hefte das war bei Schrei und Leser Hellblazer Original Sins Band 1 äh Heft 1 bis 4 ich hab das auch nochmal aufgefrischt ich kann dieses Brosaische unterschreiben nur dass sie im Deutschen schon ein bisschen derber geworden sind also es gibt auch so ein paar Zeitungsartikel da versuchen sie Konstantin auch irgendwie zu beschreiben und da sind wir schon wieder dabei sind Textbrocken unnötig oder nimmt das dem Lesefluss raus ich hab hier zwei drei Sätze notiert wo ich dachte okay das klingt jetzt schon lustig also da beschreiben da versuchen Zeitungsartikel auch unter anderem John Konstantin zu ergründen einer beschreibt dass eine Person versucht Konstantin zu interviewen die Person wird dann zusammengeschlagen und hat danach keinen Bock mehr auf Konstantin weil er lässt die Person dann abholen und sagt ja sorry dass er sich verspätet hat aber du stinkst und schmeißen den dann aus dem Taxi also vermutlich war das Chess und dann sind in diesen Zeitungsartikel schon parodistische Sätze gefallen John Konstantin vor die Linse zu bekommen ist wie ein Pudding an die Wand zu nageln oder der Mut meines Begleiters sinkt in sich zusammen wie eine Erektion vor der Beschneidung und auch in diesen ersten Heften merkt man dass Konstantin entweder hassen den Leute weil er sich mit Leuten auch mit richtig guten Freunden verprellt hat oder Leute lieben ihn er hat so einen einnehmenden Charme in späteren Comics wird er echt so so eine Art 0815 hält immer mit einem Spruch auf den Lippen in seiner Anfangszeit hatte er was deutlich Ambivalenteres an sich was ich eben mochte also fast schon da zitiere ich mal Steffen Volkmer fast schon Columbo-artig man konnte ihm nie so ganz in die Karten schauen er hatte immer so zwei drei Asse in der Hinterhand und er war sich selber der Nächste also er hat da auch gerne mal Freunde wirklich geopfert oder als Vakuum als Hülle für einen Dämon quasi ausgenutzt und auch diese Dämonen das ist hier schon fast plakativ also das ist fast schon so eine Mischung aus Mad Magazine und Buffy was da in Kapitalismus Kritik aufgefahren wird das ist schon sehr sehr drüber es hat schon fast schon was so periodistisches an sich also diese Dämonen die verlieren da nach und nach so ein bisschen die Bedrohung aber es hat sich erstaunlich flüssig gelesen also ich war auch angefixt von den 80er Jahren von Swamp äh von Swamp nee von Hellblazer Swamp musste dafür nicht gelesen haben aber da war er eben so diese interessante Randerscheinung aber ja ich war auch richtig angetan ich werde auch nochmal Band 2 davon lesen es war sehr spaßig es ist gut gealtert die Kolorierung da diskutieren wir später ja das unterstreicht so diese fieberhafte Stimmung irgendwie aber es macht Spaß also da kann ich auch empfehlen das ist auch ein super Einstieg neben Dangerous Habits und Dangerous Habits befasst sich dann stückweit mehr mit dem menschlichen Horror okay darauf kommen wir dann ja gleich zu sprechen Breedstorm vielleicht noch kurz zu dir kannst du dich an irgendwas erinnern du hast Hellblazer bestimmt damals auch gelesen ja ich kann sogar sagen genau wann ich damit angefangen habe und zwar 2011 habe ich die mir geschossen ihr kennt das an dem Datum wann ich die Rezension dazu geschrieben habe also die Rezension zu Original Sins zu also ich habe was zu Erbsünde sicherlich geschrieben und jetzt zu also schlechte Gewohnheiten habe ich veröffentlicht am 11. Januar 2011 das ist schon ein bisschen ja ich traue auch voll diesem Panini Forum mit daher da habe ich so schöne Auflistungen habe ich alles kurz zusammengefasst rezensiert und verlinkt und alles weg mir stellt sich jetzt halt die Frage ob ich diese ob ich diese Rezension mal irgendwann von also ich habe die alle erst bei Panini gehabt dann habe ich die in der Comic Community gehabt und dann weil ich dachte zur Sicherheit tue ich die mal beim bösen Amazon weil Amazon wird niemals untergehen und anscheinend ist es so das Panini Forum gibt es nicht mehr die Comic Community gibt es nicht mehr und deswegen kann ich mich jetzt nur noch auf die Amazon Aufzeichnung hier verlassen es kann aber auch sein dass ich die einfach irgendwann 2011 da reinkopiert habe also dass ich das schon früher gelesen habe kannst du da inhaltlich noch was ergänzen oder gehen wir weiter zu Dangerous Habits ich würde jetzt sonst würde sonst kommen wir hier in sehr späten Bereich rein würde ich sagen wenn wir jetzt nicht zu Dangerous Habits gehen alles klar dann ist ja soweit der Moment in dem wir uns vereinen zu Dangerous Habits Hellblazer da werden jetzt ganz viele Sachen zu sagen können und bei mir heißt der auf Deutsch schlechte Gewohnheiten kann es sein dass der noch einen anderen deutschen Titel hatte wisst ihr das bei Schreiber und Leser schlechte Gewohnheiten auch in der Neuauflage also jetzt in Band 1 von dieser Panini Neuauflage hieße schlechte Gewohnheiten habe ich gerade extra nachgeschlagen gefährliche Laster sorry gefährliche Laster heißt er da siehste sah ich doch da hieß es nämlich anders die haben da einen Wechsel drin gehabt das wollte ich nämlich gerade noch bei dir ergänzen oder nachfragen Andi weil mir jetzt hier in der Ausgabe schlechte Gewohnheiten von Schreiber und Leser da sind mir wirklich so eine Handvoll Tippfehler als Buchstabenverdreher oder komische Worttrennung bis falsche Worttrennung aufgefallen das ist ja natürlich jetzt wahrscheinlich wo du die englische Ausgabe gelesen hast nicht aufgefallen stimmt okay die Frage brauche ich gar nicht stellen du hast die neue Ausgabe gelesen Patrick richtig? Genau und ist dir da auch irgendwas in der Richtung aufgefallen? Also so ein paar Änderungen beziehungsweise Modernisierung gab es wahrscheinlich weil das haben sie jetzt öfter gemacht wenn sie Neuauflagen rausgebracht haben dass sie da auch ein bisschen an der Übersetzung geschraubt haben sei es nur bei einem Klassiker wie The Killing Joke da haben sie auch eine Neuübersetzung rausgebracht würde mich jetzt nicht wundern hätten sie das da jetzt auch gemacht mittlerweile muss man es eben so ein bisschen glatt bügeln im Impressum steht hier leider jetzt nichts außer gefährliche Last von 1991 Dangerous Habits da geht es offensichtlich um schlechte Gewohnheiten lieber Breedstorm erzähl doch mal wie ist denn eigentlich die Handlung dieses Comics ja ich zitiere jetzt einfach der Einfachteilber aus meiner Rezension von damals während in Erbsünde 1 und 2 die ersten 9 Ausgaben der US-Serie veröffentlicht wurden machte Schreiber und Leser hier einen Sprung zu den Ausgaben 40 bis 46 der Serie von niemand anderem als der Preacher-Legende Garth Ennis geschrieben für den verrückten Nordiren natürlich eine ideale Serie denn hier kann er seinen Wahnsinn freien Lauf lassen also der junge Breedstorm hatte lustige Formulierungen sehe ich jetzt schon so bekommt es Konstantin mit einem sehr weltlichen Gegner zu tun er hat Lungenkrebs im Endstadium was bei seinen 30 Zigaretten am Tag nicht überrascht zunächst versucht er mit Magie gegen die Krankheit vorzugehen aber sowohl er als auch seine Freunde scheitern damit trifft dann ja verschiedene so beginnt er sich von Verwandten und Kumpeln zu verabschieden doch auch wenn Konstantin innerlich verfault und Blut und Gewebe hustet ist er immer noch ein listiger Bastard er ersinnt einen gefährlichen Plan ja er ist auf Abschiedstournee auf großer Abschiedstournee und klappert genau diese ganzen Leute alle ab denen er glaubhaft emotional und ja auch mit vollem Bewusstsein jetzt sein Ende verkündet und das Ganze natürlich auch trinkend rauchend saufend und äußerst unterhaltsam wie ich fand ich glaube der Andi platzt gleich wie sieht es denn bei dir aus du wolltest vielleicht noch ein paar Sachen zum Vergleich sagen hier ist auch scheinbar eine andere Interpretation in der Figur mit drin wie waren denn deine Eindrücke zu Dangerous Habits deine erneuten wieder aufgefuschten Eindrücke ja also Dangerous Habits mein Paperback habe ich irgendwann wahrscheinlich Mitte Ende der 90er gekauft also ist schon auch eine Weile her habe es also über die Jahre auch nicht nur einmal gelesen und ist auch aus meiner Sicht natürlich ein ganz großer Hellblazer Klassiker Garth Ennis als er angefangen hat Hellblazer zu schreiben beschreibt er auch im Vorwort hat sich natürlich überlegt was kann ich denn jetzt machen zu dem Zeitpunkt existiert die Reihe schon seit 40 Heften er übernimmt es mit Heft 41 ich meine das ist der erste Autorenwechsel also von regelmäßigen Autoren es kann gut sein dass vorher vielleicht für kürzere Abschnitte noch auch jemand anders als Jamie Delanos geschrieben hat da bin ich nicht 100% sicher aber Garth Ennis also der zweite reguläre Hellblazer Schreiber und überlegt sich dann ich starte die Reihe indem ich den Protagonisten umbringe relativ Effekt heischerisch aber natürlich auch mit einem mit einem Plan dahinter und auch dem Plan natürlich die Figur nicht wirklich sterben zu lassen aber eben mit einem ja mit einer listigen List wie kommt der Protagonist aus dieser Misere denn auch wieder heraus dass auch die Reihe eine Zukunft hat die Unterschiede die mir jetzt eben auch tatsächlich in der Schreibe so aufgefallen sind also auch hier es ist weniger Erzähltext lastig als es bei Jamie Delano Fall ist am Anfang ist schon auch noch relativ viel so innerer Monolog beziehungsweise Gedankenwelt aber auch im Verlauf des Comics ist es schon mehr Dialog und wie ich vorhin schon erwähnt habe es ist eben tatsächlich zumindest in dieser Storyline sehr am Protagonisten also es geht wirklich darum Konstantin stirbt wie kommt er aus der Nummer wieder raus und ihr habt es auch schon gesagt Beziehungen eben zu den ganzen Figuren die man schon kennt wenn man Hellblazer schon vorher gelesen hat eben Verwandtschaft Freundschaft etc wie verabschiedet er sich von den Leuten wie ist sein Verhältnis zu denen also ich bin immer ein Riesenfan der Episode wenn er Brandon besucht und sich in Brandons Keller betrinken und er dann eben dort auch schon den Teufel zum ersten Mal überlistet mit dem magischen Stout der auch hier ich habe es wieder auf Englisch gelesen deswegen weiß ich jetzt nicht wie es in der deutschen Ausgabe heißt aber es gibt den Moment wo sie Brandons Weinsammlung betrachten und Brandon sagt den Satz Bloody Bottled Sunshine das ist ein Satz den ich seitdem sehr sehr häufig gesagt habe das ist eines dieser Zitate die mein Leben bereichert haben und die ich immer wieder sage Bloody Bottled Sunshine also ich bin großer Fan von Garth Ennis' Schreibe auch in seinem Hellblazer und das ist ein ganz toller Ritt durch diesen durch diesen Band es ist eine fortlaufende Geschichte trotzdem hat jedes Heft für sich auch irgendwie so es ist ein eigenständiges Kapitel in einem gewissen Maße also jedes Heft gibt einem so einen eigenen Erzählbogen auch wenn es natürlich im nächsten Heft dann immer weiter geht bis man die ganze Geschichte hat aber von daher finde ich es tatsächlich hat es einen ganz tollen Lesefluss weil eben wie bei einer guten Fernsehserie auch wenn so Episoden in sich eben einen eigenen Erzählbogen haben und das finde ich bei Comicreihen natürlich dann auch sehr erfüllend vor allem wenn man bedenkt dass das natürlich damals von Monat zu Monat erschienen ist und es noch nicht absolut selbstverständlich war dass es auch Sammelbände überhaupt gibt das ist ja etwas was dann tatsächlich erst in den 90er Jahren so richtig stark auch aufgekommen ist und wo Vertigo auch mit ein Treiber dafür war dass wir überhaupt Sammelbände haben und nicht den Einzelheften hinterherjagen müssen von daher ein Top-Band Top-Geschrieben Top-Humor drin tolle Figuren Zeichnungen es war wahrscheinlich eine relativ klare Entscheidung als damals der Film mit Keanu Reeves gemacht wurde dass Dangerous Habits die Hauptinspiration ist für die Geschichte die sie dann auch im Film umgesetzt haben weil es also was ist ich vermute es ist der bekannteste Hellblazer Band und das wahrscheinlich auch zu Recht das würde ich so unterschreiben also gerade diese Vorlage für den Film von dem ja angeblich immer noch der zweite Teil kommen soll es hieß er kommt doch nicht jetzt kommt er wohl doch und so mal gucken und jetzt ist es angeblich wieder zunichts gemacht worden durch James Gunn weil der jetzt andere Pläne hat also abwarten ja und davon habe ich auch schon wieder das Gegenteil gehört also es stimmt mir wirklich so ein Gamble hin zu sein also mal gucken weil ich mir nicht vorstellen kann dass wir ja bei dem Schauspieler keinen zweiten Teil sehen werden jo also das Ding also Hellblazer ich habe hier echt nicht viele Zeichnungen von Künstlerinnen und Künstlern ganz im Gegenteil ich bin eher so zurückhaltend es gibt wenige Dinge die ich mir hinhängen würde weil ich auch nicht den Platz dafür habe oder so aber in meiner wirklich sehr überschaubaren Sammlung an Originalkunstwerken habe ich mir hier von einem Plam Plam Künstler mal den John Constantine machen lassen das war ein cooles Ding ich freue mich tierisch dass ich den habe aber normalerweise mache ich sowas gar nicht nur von der Figur da wollte ich was haben weil ich den nämlich toll fand das war also mit der ersten Figur wo ich wirklich richtig viel bandweise gelesen habe auch alles was dann bei Panini kam also ich glaube wirklich bis alles bis New 52 habe ich was auf Deutsch erschienen ist gelesen ich habe alles die Schreiber und Leser Dinge alle gelesen gehabt und ich fühlte mich da irgendwie abgeholt ich fand das düster ich fand das aber auch unterhaltsam ich fand das spannend irgendwie und ja man soll diese ganzen düsteren Themen nicht erwachsen nennen aber ich fand es irgendwie erwachsen und das mochte ich doch alles sehr und konnte mich auch wirklich noch so ungefähr an die Ausgangssituation hier von Dangerous Habits erinnern aber nicht mehr direkt an die Auflösung dessen das war dann auch okay und die überrascht mich auch tatsächlich ein bisschen weil ich diese mystischen Hintergründe und so nicht so genau kenne also wie viele Teufel und Dämonen jetzt an welcher Stelle was machen und so da bin ich jetzt nicht so im Thema drin ich kenne mich nicht so aus mit der Vorhörle kein blassen Schimmer ich fand es trotzdem aber alles sehr gut und ich habe noch eine Erinnerung dass es jetzt qualitativ was der Garth Ennis danach abgeliefert hat jetzt nicht viel schlechter war also vielleicht nicht genauso geil aber auf jeden Fall noch sehr unterhaltsam und deswegen mochte ich das ich mochte auch diesen Band sehr über die Kolo werden wir gleich noch sprechen denn ich finde die ist sehr schlecht gealtert ich habe so das Gefühl also manchmal kann ich verstehen warum man koloriert wie man koloriert manchmal ist es auch ein bisschen abwechslungsreicher koloriert aber ganz oft also mindestens 50% der Fälle halte ich für neu kolorierungswürdig und dazu will ich einfach mal eure Gedanken wissen Patrick wie sieht es denn bei dir aus wie waren deine Eindrücke zu schlechten Gewohnheiten ich fand die Kolorierung die hat dieses Trostlose von dem Setting unterstrichen wobei jetzt die Frage wäre hätten sie aus der Story jetzt eine Schwarz-Weiß-Story gemacht hätte das vielleicht dieses Trostlose nicht noch mehr unterstrichen aber an sich fand ich das eine schöne menschliche Story mit Irland-Vibes die trotzdem irgendwo diese Trademarks mit Konstantin hat irgendwie ist es auch gefühlt ein Running-Gag bei Konstantin wie viel er anscheinend mit weiblichen Dämoninnen gehabt hat weil eine davon taucht hier auch in der Story auf ich bin da ganz bei Andi Preller also dass mir diese Irland-Episode wirklich mit am besten gefallen hat wie er Brandon besucht und wie er ihn dann mit einem pinnt quasi soweit ich das in Erinnerung habe ist der hat der ein in Weihwasser getauchtes Guinness dem Teufel vorgesetzt also er konnte ja quasi Wasser in Guinness verwandeln das hat er vorher gesegnet und damit hat er den Teufel zum ersten Mal besiegt das fand ich auch super sympathisch und wie er dann schon auf Konstantin artige Art da mit seinem äh mit der Freundin von seinem fast schon direkt verstorbenen Kumpel was anfängt das unterstreicht doch mal echt diesen Arschloch Charakter von Konstantin ich mag wirklich so diese menschliche Komponente die dieser Konstantin Run von Gav Ennis quasi herfolgt aber irgendwann besiegt er den Teufel schon ein kleines Stückchen zu oft der so ein bisschen was Cartooniges hat er ist fast schon der Herr Star unter den Bösewichten was am Anfang noch so theatralisch daherkam oh ja er hat den Teufel jetzt ein zweimal besiegt der wird dafür irgendwann leiden Konstantin wird irgendwann da auch richtig dafür gebrochen während Kidd bekommt auch eine richtig gute Charakterisierung weil ab und zu ist dieser Gav Ennis Run da so ein bisschen vor sich hingedümpelt deswegen fand ich das schön dass wir jetzt stellvertretend gefährliche Laster da herausnehmen das ist wirklich so ein ewiger DC Klassiker wo ich sag wenn ihr was von DC haltet wenn ihr Horror mögt wenn ihr kleine Dramen mögt dann lest das das ist wirklich mittlerweile einer von meinen Top Comics das hat das erneute Lesen nochmal bestätigt und auch diese List wie er mit dem Teufel umgeht und das mit seinem krebskranken Kumpel den er da auf dieser Intensivstation kennenlernen mit dem er am Anfang nur redet um sich abzulenken und der sagt und der sagt dann ja auch noch ja wenn er stirbt er will sich vor diesen kranken Pflegerinnen einscheißen wie das dann auf einmal ins düstere umkippt und dann da nochmal das tragisch dahin kippt also auch diese innere zerrissenheit von Konstantin wird hier sehr sehr gut herausgearbeitet wo er merkt er ist das Oberarschloch aber dieser nette Mensch stirbt vor ihm ja diese Wortwahl das einscheißen das ist ja typisch Garth Ennis also ich kann das so konkret formulieren das ist halt das ist der typische Garth Ennis Humor und ja mein bester Kumpel ist mit 23 damals schon an Bauchspeicheldrüsen Krebs gestorben deswegen dieses Thema Krebs bewegt mich auch immer irgendwo deswegen hat mich auch dieser Comic nochmal ein Stück weit bewegt ich weiß nicht ob er es darauf ausgelegt hat aber bei dem Thema bin ich halt immer irgendwie dabei und es ist ein schöner menschlicher Klassiker von einem der Oberarschlöcher von DC und damals durfte er es noch sein Breed Sound der Pettik hat es gerade als Arschlochmove bezeichnet dass er ja scheinbar jetzt Interesse an dieser Kit hat also der Ex-Freundin von dem verstorbenen Kumpel würdest du das auch so unterschreiben oder hattest du eher das Gefühl dass das echt ist dass das kein Arschlochmove ist sondern sich wirklich natürlich anberaumt ja das Interpretationssache wir haben ja schon bei Ant-Man gesehen dass man auch Ex-Freundinnen auf Gräbern von den Menschen die mal die Freunde waren haben kann also das ist ein Arschlochmove aber da glaube ich schon dass das schon echt war oder James Bond der auf der Beerdigung die Witwe quasi vögelt ja hast recht Konstantin in den 80ern war ja auch schon deutlich mehr so chauvinistisch veranlagt also gerade in der Original Sim Reihe da ist er schon mehr der schwere Nöter als er es mittlerweile jetzt geworden ist ich muss halt sagen dass diese Phase von Hellblazer mir wirklich am besten von allen Phasen gefallen hat als die Cedar Star er dann wieder auf Konstantin umbenannt hat also da bin ich nicht mehr so richtig warm damit geworden also das war schon für mich die Höhepunktphase kann natürlich auch an dem passenden Alter an der richtigen ja Lebens Lesesituation auch so ein bisschen lesen wenn man das kennenlernt dann nimmt man das ja immer intensiver wahr als wenn man das dann fünf Jahre später lesen würde und aber das waren wirklich die Klassiker die mich bewegt haben und in den letzten Jahren habe ich auch keine Konstantin mehr gelesen dann werde ich auch gleich nochmal die Frage auch nochmal an dich gezielt richten wie sieht es aus mit der Kolo wie hätte die gefallen hat die dich zumindest also ich will jetzt nicht schlechter reden als sie ist weil es letztlich ist das hier ein großes Meisterwerk und es ist auch ein Zeitdokument ja irgendwo ja auch und Dinge waren halt wie sie waren und so und sie sind es ja nicht grundsätzlich schlecht nur ich habe manchmal echt nicht verstanden warum Dinge so koloriert wurden wie sie koloriert wurden ich finde es also manchmal da wurde einfach nicht die Zeit für genutzt oder andersrum manchmal wäre es besser gewesen so gar nicht so zu kolorieren dann lass es halt einfach auch wie war deine Wahrnehmung von der Kolo Breed Song also in der Rezension bin ich ja gar nicht darauf eingegangen und das spiegelt aber wieder in welcher Phase das war also dass die Kolorationen so aussehen wie sie heute aussehen das kam ja erst mit dem fortschreiten der Computertechnik auch vorher war das halt vieles einfarbig also bestimmt bis würde ich sagen mindestens Mitte der 80er hätte sich da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht heute sehen wir das mit unseren jetzigen Sehgewohnheiten so anders wie wir ja zwischen ja 4K Fernseher und einen Rohren Fernseher da hin und her wechseln würden aber da ich diese Phasen auch hatte wo ich sowas gelesen habe kann ich sowas auch heute immer noch lesen klar man würde sich wenn man es jetzt neu holt vielleicht anders wünschen aber in der Zeit war das für mich überhaupt kein Problem es ist jetzt auch die Frage ob eine Neukolorierung irgendwas verändern würde an dem Comic der erst damals war ob das das irgendwie verfälschen würde Andi wir hatten das Thema Kolo jetzt wirklich an diversen Stellen auch schon in deinen Sachen angeschnitten wie also ich hab das Thema vielleicht auch ein bisschen groß aufgebläht und so keine Ahnung aber es hat mich halt teilweise einfach gestört will ich nicht anders sagen ich mein sowas wie Sidemen haben wir ja auch teilweise neu koloriert bekommen ob das denn besser oder schlechter geworden ist einmal dahingestellt wie ist denn da so deine Auffassung zu ja ich hab da wahrscheinlich den Ehrenstand ähnlichen Standpunkt wie was Breedstorm gerade beschrieben hat und ich hab ja vorhin erwähnt dass ich tatsächlich generell so mit dem Zeichenstil und da gehörte die Koloration wahrscheinlich mit dazu bei meinen Anstieg bei Sandman etwas erschwert hat aber es ist ein Stil den ich kenne den ich eben vor vielen Jahren wie gesagt schon schon gelesen habe das heißt den ich mich auch gewöhnt habe und das was Breedstorm gesagt hat stimmt natürlich dass zum einen die Technik der Kolorierung sich sehr stark verändert hat seitdem und zusätzlich aber natürlich auch die Drucktechnik also auch die Frage was für Farben konnte man überhaupt zu welchem Zeitpunkt der Comicgeschichte drucken und wie wurden Farben im Druck wiedergegeben das hat sicherlich viel beeinflusst und verändert auch und dahingehend natürlich auch Sehgewohnheiten verändert so wie es heutzutage Menschen gibt die keine Schwarz-Weiß-Filme anschauen können weil sie damit eben nicht aufgewachsen sind oder so also deswegen du hattest das ja auch im Vorfeld schon mal in den Raum geworfen so in unserer privaten Chatgruppe und als ich dann auch danach wieder gelesen habe habe ich das nochmal so ein bisschen auch im Hinterkopf gehabt was du dazu gesagt hast also mich hat das jetzt ich hatte da jetzt keine Störmomente was die was die Kolorierung angeht ich finde das sieht eben aus wie ein Horrorcomic der frühen 90er Jahre bei DC so ausgesehen hat und wenn ich das so eben mit dem mit dem Versuch zumindest den den Blick der der Ära aufzusetzen lese finde ich das durchaus auch stimmig ich finde durch die Kolorierung hat er eben teilweise ein bisschen was von der Optik von Clint Eastwood gerade in Verbindung mit dem Grinsen also er wirkt unnötig alt sagen wir es so was ich manchmal ein bisschen schwierig finde so bei dem Thema Neukolorierung das ich bin jetzt auch nicht super tief drin das gibt es sicherlich auch in besser und in schlechter ich glaube das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen wie der Comic an sich schon gezeichnet ist also du veränderst dir die Zeichnungen trotzdem nicht und wenn die Zeichnungen so in so einem 80er Jahre Stil sind und dann packst du da aber so eine 2000er Koloration drauf dann dann wird das für mich dann manchmal ein bisschen unstimmig oder herstelle ich jetzt mal eine These in den Raum einfach nur so die ich in den Raum stellen will ohne dass ich sie beweisen kann aber ich bin persönlich der Auffassung dass die Kolo das ist was den Comic in die jeweilige Zeit hebt ich glaube vieles der Line Arts hat sich nicht wesentlich verändert im Laufe der letzten Jahre vielleicht ein bisschen sowas wie Anatomie vielleicht so ein bisschen sowas wie Perspektiven aber so die eigentlichen Line Arts und die Qualität dessen ich glaube da ist im Laufe der letzten 50 Jahre jetzt nicht wahnsinnig viel passiert die Kolo ist es die den Comic in die Zeit aus die er kommt letztlich hebt das war eine steile These ihr könnt mir gerne das Gegenteil beweisen aber das ist so mein subjektiver Eindruck cool also ich fasse kurz zusammen ich glaube wir machen hier noch eine kurze Fazitrunde dann haben wir es ja auch geschafft für heute ist schon eine sehr lange Aufnahme geworden ich finde das ist ein richtiges Meisterwerk ein richtiger Klassiker ich freue mich tierisch dass wir den besprochen haben das ist ein Muss für alle Horrorfans ein Muss für alle John-Konstantin-Fans ein Muss für alle Fans die mal Bock haben auf düsteren bodenständigen und trotzdem dämonischen Shit ich weiß nicht so genau also ich glaube das einfach kommt so viel was komplett anderes und ja trotzdem Horror als die Joe-Hill-Sachen die der Patrick hier vorstellt zum Beispiel und ich glaube auch ohne die Joe-Hill-Sachen gelesen zu haben dass man vielleicht lieber erstmal hier reinschaut bevor man sich den Joe-Hill-Sachen nähert das so mein persönliches Fazit Patrick kannst du das nachvollziehen dein Fazit ist gekommen ich kann es irgendwo nachvollziehen weil den Comic habe ich jetzt mehrmals gelesen ich finde auch den Move lustig dass es sowohl bei Sandman Swamp Thing und bei Hellblazer also bei drei der großen Vertigo-Reihen so war dass als diese Figuren neu definiert werden mussten dann mussten sie entweder erstmal getötet werden oder komplett umgeschrieben werden ist ja auch bei Konstantin der Fall dass er wiederbelebt wurde in dem er erstmal fast getötet wurde es ist für mich auch einer der großen DC-Klassiker also ich habe den beim zweiten, dritten Mal lesen jetzt noch mehr zu schätzen gewusst irgendwie habe ich diese Erzählweise noch mehr genossen weil wir gerade in so einer Zeit der großen Blockbuster sind wo wirklich ein One-Liner den nächsten jagt und dann liest du sowas Entschleunigtes so ein menschliches Drama mit übernatürlichen Elementen trotzdem irgendwo noch menschlich geblieben ist also ich finde den Band nach wie vor klasse ich finde den sogar wahrscheinlich jetzt ein Stück weit besser weil ich den jetzt mit dem gewissen Abstand gelesen habe also super Ding sollte man gelesen haben sehr gut lieber Prieststorm wie ist dein Fazit zum Band ja gehört ebenso wie Preacher wie vielleicht Why the Last Man Spider Jerusalem alles also gehört alles in eine Schublade bei mir und gehört zu den Comics die mich von den Superhelden abgenabelt und zu einer größeren Variation an anderen Comics gebracht haben und die finalen Worte der krönende Abschluss dieser Ausgabe den wollen wir unserem Vertigo Fan vor dem Herrn natürlich gönnen lieber Andi was meinst du ja das ist ein Top Comic wunderbar sehr gut dann danke ich allen Beteiligten lieber Andi lieber Patrick fürs Mitmachen liebes Publikum ihr seid wieder herzlich eingeladen uns auf unseren Chatgruppen zu folgen oder mal rum zu kommen das wäre also insbesondere auf Signal und auf Telegram könnt ihr uns mit uns in Kontakt treten da gibt es Chatgruppen wir reden manchmal über Dinge ich habe zum Beispiel die Tage habe ich so ein Humble Bundle mal wieder gepostet ist ja auch immer eine schöne Sache wenn man da einfach so was Sachen möchte oder hin und wieder gibt es da spannende Links hin und wieder gibt es da spannende Diskussionen es passieren Dinge dort vielleicht wollt ihr teilhaben und teil sein von dieser kleinen feinen elitären Runde so weiß ihr Bescheid ich danke euch tschüss bis zum nächsten Mal lasst's krachen bye bye cheers bis bald Rian oh man ey ciao bis bald 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 bis bald